Robert Musil Vereinigungen Zwei Erzählungen 1911 Die Vollendung der Liebe Kannst du wirklich nicht mitfahren? Es ist unmöglich. Du weißt, ich muss trachten, jetzt rasch zu Ende zu kommen. Aber Lilly würde sich so freuen. Gewiß, gewiß, aber es kann nicht sein. Und ich habe gar keine Lust, ohne dich zu reisen. Seine Frau sagte das, während sie den Tee einschenkte, und sie sah dabei zu ihm herüber, der in der Ecke des Zimmers in dem hell geblümten Lehnstuhl saß und an einer Zigarette rauchte. Es war Abend, und die dunkelgrünen Jalousien blickten außen auf die Straße in einer langen Reihe anderer dunkelgrüner Jalousien, von denen sie nichts unterschied. Wie ein paar dunkel und gleichmütig herabgelassene Lieder verbargen sie den Glanz dieses Zimmers, in dem der Tee aus einer matten, silbernen Kanne jetzt in die Tassen fiel, mit einem leisen Klingen aufschlug und dann im Strahle stillzustehen schien, wie eine gedrehte, durchsichtige Säule aus strohbraunem, leichtem Topaz. In den etwas eingebogenen Flächen der Kanne lagen Schatten von grünen und grauen Farben, auch blaue und gelbe. Sie lagen ganz still, wie wenn sie dort zusammengeflossen wären und nicht weiter könnten. Der Arm der Frau aber ragte von der Kanne weg und der Blick, mit dem sie nach ihrem Manne sah, bildete mit ihm einen starren steifen Winkel. Gewiss einen Winkel, wie man sehen konnte. Aber jenes andere beinahe Körperliche konnten nur diese beiden Menschen in ihm fühlen, denen es vorkam, als spannte er sich zwischen ihnen wie eine Strebe aus härtestem Metall und hielte sie auf ihren Plätzen fest und verbände sie doch, trotzdem sie so weit auseinander waren, zu einer Einheit, die man fast mit den Sinnen empfinden konnte. Er stützte sich auf ihre Herzgruben und sie spürten dort den Druck. Er richtete sie steif an den Lehnen ihrer Sitze in die Höhe mit unbewegten Gesichtern und unverwandten Blicken und doch fühlten sie dort, wo er sie traf, eine zärtliche Bewegtheit, etwas ganz Leichtes, als ob ihre Herzen wie zwei schwärme kleine Schmetterlinge ineinander flatterten. An diesem dünnen, kaum wirklichen und doch so wahrnehmbaren Gefühl hing, wie an einer leise zitternden Achse, das ganze Zimmer und dann an den beiden Menschen, auf die sie sich stützte. Die Gegenstände hielten umher den Atem an, das Licht an der Wand erstarrte zu goldenen Spitzen. Es schwieg alles und wartete und war ihretwegen da. Die Zeit, die wie ein endlos glitzernder Faden durch die Welt läuft, schien mitten durch dieses Zimmer zu gehen und schien mitten durch diese Menschen zu gehen und schien plötzlich einzuhalten und ganz steif zu werden, ganz steif und still und glitzernd. Und die Gegenstände rückten ein wenig aneinander. Es war jenes Stillstehen und dann leise Senken, wie wenn sich plötzlich Flächen ordnen und ein Kristall sich bildet. Um diese beiden Menschen, durch die eine Mitte lief und die sich mit einem Mal durch dieses Atem anhalten und wölben und um sie lehnen, wie durch tausende spiegelnde Flächen ansahen und wieder so ansahen, als ob sie einander zum ersten Mal erblickten. Die Frau setzte den Tee ab, ihre Hand legte sich auf den Tisch. Wie erschöpft von der Schwere ihres Glücks sank ein Jedes in seine Kissen zurück und während sie sich mit den Augen aneinander festhielten, lächelten sie wie verloren und hatten das Bedürfnis, nichts vor sich zu sprechen. Sie sprachen wieder von dem Kranken, von einem Kranken eines Buches, das sie gelesen hatten. Und sie begannen gleich mit einer ganz bestimmten Stelle und Frage, als ob sie daran gedacht hätten, obwohl das nicht wahr war. Denn sie nahmen damit nur ein Gespräch wieder auf, das sie schon durch Tage in einer sonderbaren Weise festgehalten hatte, so als ob es sein Gesicht verbürge und, während es von dem Buche handelte, eigentlich anderswohin sähe. Nach einer Weile waren ihre Gedanken dann auch ganz merklich über diesen unbewussten Vorwand wieder zu ihnen selbst zurückgekehrt. Wie mag ein solcher Mensch wie dieser Geh sich wohl selbst sehen? fragte die Frau und sprach in Nachdenken versunken fast nur wie für sich allein weiter. Er verführt Kinder, er verleitet junge Frauen, sich selbst zu schänden, und dann steht er da und lächelt und starrt gebannt auf das bisschen Erotik, das irgendwo wie ein schwacher Schein in ihm Wetter leuchtet. Glaubst du, dass er Unrecht zu handeln meint? Ob er es meint? Vielleicht, vielleicht nicht, antwortete der Mann. Vielleicht darf man bei solchen Gefühlen gar nicht zu fragen. Ich glaube aber, sagte die Frau und jetzt zeigte sich darin, dass sie gar nicht von diesem einen zufälligen Menschen sprach, sondern von irgendetwas Bestimmtem, das für sie bereits hinter ihm dämmerte. Ich glaube, er meint gut zu handeln. Die Gedanken liefen nun eine Weile lautlos, Seite an Seite, dann tauchte sie auf, weit draußen in den Worten wieder auf. Es war trotzdem, es hielten sie einander noch schweigend bei den Händen und wäre schon alles gesagt. Er tut seinen Opfern schlecht, weh. Er muss wissen, dass er sie demoralisiert, ihre Sinnlichkeit verstört und in eine Bewegung bringt, die nie mehr an einem Ziel wird ruhen können. Und dennoch, es ist, als ob man ihn dabei lächeln sähe, ganz weich und bleich im Gesicht, ganz wehmütig und doch entschlossen Vollzärtlichkeit. Mit einem Lächeln, das Vollzärtlichkeit über ihm und seinem Opfer schwebt, wie ein Regentag über dem Land. Der Himmel schickt ihn, es ist nicht zu fassen, in seiner Wehmut liegt alle Entschuldigung, in dem Fühlen, mit dem er die Zerstörung begleitet. Ist nicht jedes Gehirn etwas Einsames und Alleiniges? Ja. Ist nicht jedes Gehirn etwas Einsames? Diese beiden Menschen, die jetzt wieder schwiegen, dachten gemeinsam an jenen Dritten, Unbekannten, an diesen einen von den vielen Dritten, als ob sie miteinander durch eine Landschaft gingen, Bäume, Wiesen, ein Himmel und plötzlich ein Nichtwissen, warum alles hier blau und dort voll Wolken ist. Sie fühlten alle diese Dritten um sich stehen wie jene große Kugel, die uns einschließt und uns manchmal fremd und gläsern ansieht und frieren macht, wenn der Flug eines Vogels seine unverständlich taumelnde Linie in sie hineinritzt. Es war in dem abendlichen Zimmer mit einem Mal ein kaltes, weites, mittaghelles Alleinsein. Da sagte einer von ihnen, und es war, wie wenn man leise eine Geige anstriche, er ist wie ein Haus mit verschlossenen Türen. In ihm ist, was er getan hat, vielleicht wie eine weiche Musik, aber wer kann sie hören? Es würde durch sie vielleicht alles zu sanfter Wehmut. Und der andere antwortete, vielleicht ist er immer wieder mit tastenden Händen durch sie gegangen, um ein Tor zu finden und steht endlich still und legt nur mehr sein Gesicht an die verdichteten Scheiben und zieht von fern die geliebten Opfer und lächelt. Sonst sprachen sie nichts. Aber in ihrem selig verschlungenen Schweigen klang es höher und weiter. Nur dieses Lächeln holt sie ein und schwebt über ihnen und noch aus der zuckenden Häßlichkeit ihrer verblutenden Gebärden pflicht es einen dünnstängligen Strauß und zögert zärtlich, ob sie ihn fühlen und lässt ihn fallen und steigt entschlossen von dem Geheimnis eines Alleinseins mit bebenden Flügeln getragen wie ein fremdes Tier in die Wunder voller Leere des Raumes. Auf dieser Einsamkeit fühlte sie das Geheimnis ihres Zu-Zweit-Seins ruhen. Es war ein dunkles Gefühl der Welt um sie, das sie aneinander schmiegte. Es war ein traumhaftes Gefühl der Kälte von allen Seiten bis auf eine, wo sie aneinander lehnten, sich entlasteten, deckten, wie zwei wunderbar aneinander gepasste Hälften, die zusammengefügt ihre Grenzen nach außen verringern, während ihr Inneres größer ineinander flutet. Sie waren manchmal unglücklich, weil sie nicht alles bis ins letzte einander gemeinsam machen konnten. »Erinnerst du dich?« sagte plötzlich die Frau, »als du mich vor einigen Abenden küsstest? Wusstest du, dass da etwas zwischen uns war? Es war mir etwas eingefallen im gleichen Augenblick, etwas ganz Gleichgültiges. Aber es war nicht du und es tat mir plötzlich weh, dass es nicht du sein musste. Und ich konnte es dir nicht sagen und musste erst über dich lächeln, weil du es nicht wusstest und mir ganz nah zu sein glaubtest. Und wollte es dir dann nicht mehr sagen und wurde böse auf dich, weil du es nicht selbst fühltest und deine Zärtlichkeiten fanden mich nicht mehr. Und ich traute mich nicht, dich zu bitten, dass du mich lassen solltest. Denn in Wirklichkeit war es ja nichts. Ich war dir ja nah in Wirklichkeit. Und doch war es wie ein undeutlicher Schatten, war es zugleich, als könnte ich fern von dir und ohne dich sein. Kennst du dieses Gefühl? Es stehen manchmal alle Dinge plötzlich zweimal da, voll und deutlich, wie man sie weiß, und dann noch einmal blass, dämmernd und erschreckt, als ob sie heimlich und schon fremd der andere anblickte. Ich hätte dich nehmen mögen und in mich zurückreißen und dann wieder dich wegstoßen und mich auf die Erde werfen, weil es möglich gewesen war. War das damals? Ja, das war damals, als ich dann plötzlich unter dir zu weinen begann. Wie du glaubtest, aus Übermaß der Sehnsucht mit meinem Fühl noch tiefer in deines zu dringen. Sei mir nicht bös. Ich muss es dir sagen und weiß nicht warum. Es ist ja nur eine Einbildung gewesen. Aber sie schmerzte mich so. Ich glaube, nur deswegen musste ich an diesen G-denken. Du Der Mann im Sessel hatte die Zigarette weggelegt und war aufgestanden. Ihre Blicke klammerten sich fest aneinander mit jenem gespannten schwankender Körper zweier Menschen, die auf einem Seil nebeneinander stehen. Dann sagten sie nichts. Sondern zogen die Läden hoch und sahen auf die Straße hinaus. Ihnen war, als lauschten sie auf ein Knistern von Spannungen in sich, die etwas wieder neu formten und zur Ruhe legten. Sie fühlten, dass sie ohne einander nicht leben konnten und nur zusammen wie ein kunstvoll in sich gestütztes System das zu tragen vermochten, was sie wollten. Wenn sie aneinander dachten, erschien es ihnen fast krank und schmerzhaft, so zart und gewagt und unerfassbar fühlten sie in einer Empfindlichkeit gegen die kleinste Unsicherheit in seinem Innern ihr Verhältnis. Nach einer Weile, als sie im Anblick der fremden Welt draußen wieder sich geworden waren, wurden sie müde und wünschten, nebeneinander einzuschlafen. Sie fühlten nichts als einander und doch war es, schon ganz klein und im Dunkel verschwindend, noch ein Gefühl wie nach allen vier Weiten des Himmels. Am nächsten Morgen fuhr Claudine nach der kleinen Stadt, wo das Institut war, in dem ihre dreizehnjährige Tochter Lilly erzogen wurde. Dieses Kind stammte aus ihrer ersten Ehe, aber sein Vater war ein amerikanischer Zahnarzt, den Claudine während eines Landaufenthaltes von Schmerzen gepeinigt aufgesucht hatte. Sie hatte damals vergeblich auf den Besuch eines Freundes gewartet, dessen Eintreffen sich über alle Geduld hinaus verzögerte und in einer eigentümlichen Trunkenheit von Ärger Schmerzen, Äther und dem runden, weißen Gesicht des Dentisten, das sie durch Tage beständig über dem ihren schwebend sah, war es geschehen. Es erwachte niemals das Gewissen in ihr wegen dieses Vorfalls, noch wegen irgendeines jenes ersten verlorenen Teiles ihres Lebens. Als sie nach mehreren Wochen noch einmal zur Nachbehandlung kommen musste, ließ sie sich von ihrem Stubenmädchen begleiten und damit war das Erlebnis für sie beendet. Es blieb nichts davon als die Erinnerung an eine sonderbare Wolke von Empfindungen, die sie eine Weile wie ein plötzlich über den Kopf geworfener Mantel verwirrt und erregt hatte und dann rasch zu Boden geglitten war. Denn es blieb ein Merkwürdiges in all ihrem damaligen Tun und Erleben. Es kam vor, dass sie kein so schnelles und gehaltenes Ende fand wie jenes eine Mal und lange scheinbar ganz unter der Herrschaft irgendwelcher Männer stand, für die sie dann bis zur Selbstaufopferung und vollen Willenlosigkeit alles tun konnte, was sie von ihr verlangten. Aber es geschah nie, dass sie nachher das Gefühl starke und wichtige Ereignisse hatte. Sie beging und erlitt Handlungen von einer Stärke der Leidenschaft bis zur Demütigung und verlor doch nie ein Bewusstsein, dass alles, was sie tat, sie im Grunde nicht berühre und im Wesentlichen nichts mit ihr zu tun habe. Wie ein Bach rauschte dieses Treiben einer unglücklichen, alltäglichen, untreuen Frau von ihr fort. Und sie hatte doch nur das Gefühl, reglos und in Gedanken daran zu sitzen. Es war ein niemals deutliches Bewusstsein einer fernbegleitenden Innerlichkeit, dass diese letzte Zurückhaltung und Sicherheit in ihr bedenkenloses sich den Menschen ausliefern brachte. Hinter allen Verknüpfungen der wirklichen Erlebnisse lief etwas unaufgefunden dahin. Und obwohl sie diese verborgene Wesenheit ihres Lebens nie noch ergriffen hatte und vielleicht sogar glaubte, dass sie niemals bis zu ihr hin wäre dringen können, hatte sie doch bei allem, was geschah, davon ein Gefühl wie ein Gast, der ein fremdes Haus nur ein einziges Mal betritt und sich unbedenklich und ein wenig gelangweilt allem überlässt, was ihm dort begegnet. Und dann war alles, was sie tat und litt, für sie in dem Augenblick versunken, wo sie ihren jetzigen Mann kennengelernt hatte. Sie war von da in eine Stille und Einsamkeit getreten, es kam nicht mehr darauf an, was vor dem gewesen war, sondern nur auf das, was jetzt daraus wurde. Und alles schien nur dazu da gewesen zu sein, dass sie einander stärker fühlten oder war überhaupt vergessen. Ein betäubendes Empfinden des Wachsens hob sich wie Berge von Blüten um sie und nur ganz fern blieb ein Gefühl von ausgestandenen, Not, ein Hintergrund, von dem sich alles löste, wie in der Wärme schlaftrunken Bewegungen aus harten Frost erwachen. Nur ein einziges lief vielleicht dünn, blass und kaum wahrnehmbar von ihrem damaligen Leben in das jetzige hinein. Und dass sie gerade heute wieder an alles denken musste, konnte durch Zufall gekommen sein. Oder weil sie zu ihrem Kinde fuhr oder wegen irgendeines Gleichgültigen sonst. Es war aber erst am Bahnhof aufgetaucht, als sie dort, unter den vielen Menschen und von ihnen, bedrückt und beunruhigt, plötzlich leise von einem Gefühl berührt wurde, dass sie, wie es so halb und verschwindend vorbeitrieb, dunkel und fern und doch in fast leibhafter Gleichheit an jenen beinahe vergessenen Lebensabschnitt erinnerte. Ihr Mann hatte keine Zeit gehabt, Claudine zur Bahn zu begleiten. Sie wartete allein auf den Zug und sie drängte und stieß sich die Menge und schob sie langsam hin und her wie eine große, schwere Woge von Spüllicht. Die Gefühle, die ringsum auf den morgendlich geöffneten bleichen Gesichtern lagen, schwammen auf ihnen durch den dunklen Raum wie laich auf fahlen Wasserflächen. Es ekelte ihr. Sie empfand den Wunsch, was sich hier trieb und schob, mit einer nachlässigen Gebärde von ihrem Weg zu scheuchen. Aber war es die körperliche Überlegenheit um sie, was sie entsetzte? Oder nur dieses trübe, gleichmäßige, gleichgültige Licht und einem riesigen Dach von schmutzigem Glas und wirren, eisernen Streben? Während sie scheinbar gleichmütig und höflich unter den Menschen ging, fühlte sie, daß sie es tun mußte, und erlitt es im Innersten wie eine Demütigung. Sie suchte vergeblich in sich einen Schutz. Es war, als hätte sie sich langsam und wiegend in dem Gedränge verloren. Ihre Augen fanden sich nicht mehr zurecht. Sie konnte sich auch nicht auf sich besinnen, und wenn sie sich mühte, spannte sich ein dünner, weicher weicher Kopfschmerz vor ihre Gedanken. Sie lehnten sich hinein und suchten, das gestern zu erreichen. Aber Claudine gewann davon bloß sein Bewusstsein, als trüge sie heimlich etwas Kostbares und Zartes. Und sie durfte es nicht verraten, weil die anderen Menschen es nicht verstehen konnten, und sie schwächer war und sich nicht zu verteidigen vermochte und sich fürchtete. Schmal und eingezogen ging sie zwischen ihnen, voll Hochmut, und zuckte zusammen, wenn ihr jemand zu nahe kam, und verbarg sich hinter einer bescheidenen Miene und fühlte dabei heimlich entzückt ihr Glück, wie es schöner wurde, wenn sie nachgab und sich dieser leise wirren Angst überließ. Und daran erkannte sie es. Denn so war es damals. Ihr kam plötzlich vor, einst, als sei sie lange irgendwo und doch nie fern gewesen. Es war ein Dämmerndes um sie und Ungewisses, wie das ängstliche Verbergen von Leidenschaften Kranker, ihr Tun riss sich in Stücken von ihr los und wurde von den Gedächtnissen fremder Menschen davongetragen. Nichts hatte jenen Ansatz zur Frucht in ihr zurückgelassen, der eine Seele leise zu schwellen anfängt, wenn die anderen glauben, sie völlig entblättert zu haben und sich satt von ihr abwenden. Und doch lag blass bei allem, was sie litt, ein Schimmer, wie von einer Krone. Und in dem dumpfen Summen Weh, was ihr Leben begleitete, zitterte ein Glanz. Zuweilen war ihr dann, als brennten ihre Schmerzen wie kleine Flammen in ihr und irgendetwas trieb sie, ruhelos, neu zu entzünden. Sie glaubte dabei, einen schneidenden Reif, um die Stirn zu fühlen, so unsichtbar und unwirklich wie aus Traum und Glas. und manchmal weist nur ein fernes kreisendes Singen in ihrem Kopf. Claudine saß reglos, während der Zug mit leisem Schütteln durch die Landschaft fuhr. Ihre Mitreisenden unterhielten sich, sie hörte es nur wie ein Rauschen. Und während sie jetzt an ihren Mann dachte und ihre Gedanken von einem weichen, müden Glück umschlossen waren wie von Schneeluft, war es durch bei aller Weichheit etwas, das fast am Bewegen hinderte. Und wie wenn ein genesender, an das Zimmer gewöhnter Körper die ersten Schritte im Freien tun soll, ein Glück, das still stehen macht und beinahe wehtut. Und dahinter rief noch immer dieser unbestimmt schwankende Ton, den fassen konnte, fern, vergessen, wie ein Kinderlied, wie ein Schmerz, wie sie, in weiten, schwankenden Kreisen, zog er ihre Gedanken nach sich und sie konnten ihm nichts ins Gesicht sehen. Sie lehnte sich zurück und blickte zum Fenster hinaus. Es erschöpfte sie, länger daran zu denken. Ihre Sinne waren ganz wach und empfindlich, aber etwas hinter den Sinnen wollte still sein, sich dehnen, die Welt über sich hingleiten lassen. Telegrafenstangen fielen schief vorbei. Die Felder mit ihren schneefreien, dunkelbraunen Furchen wandten sich ab. Sträucher standen wie auf dem Kopf mit hunderten gespreizter Beinchen da, an denen tausende kleine Glöckchen von Wasser hingen und vielen liefen, blitzten und glitzerten. Es war etwas Lustiges und Leichtes, ein Weitwerden, wie wenn Wände sich auftun, etwas Gelöstes und Entlastendes und ganz Zärtliches. Selbst von ihrem Körper hob sich die sanfte Schwere. In den Ohren ließ sie ein Gefühl wie von tausendem Schnee und allmählich nichts als ein beständiges lockeres Klirren. Ihr war, als lebte sie mit ihrem Mann in der Welt wie in einer schäumenden Kugel voll Perlen und Blasen und federleichter rauschender Wölkchen. Sie schloß die Augen und gab sich dem hin. Aber nach einer Weile begann sie wieder zu denken. Das leichte, gleichmäßige Schwanken des Zuges, das aufgelockerte, tauernde Natur draußen. Es war, als hätte sich ein Druck von Glodin gehoben, als fiel ihr plötzlich ein, dass sie allein war. Sie sah unwillkürlich auf. Um ihre Sinne trieb es noch immer in leise rauschenden Wirbeln dahin. Es war, wie wenn man eine Tür, deren man sich nie anders als geschlossen entsinnt, einmal offen findet. Vielleicht hatte sie den Wunsch danach schon lange empfunden, vielleicht hatte es verborgen etwas hin und her geschwungen in der Liebe zwischen ihr und ihrem Mann, aber sie hatte nicht gewusst, als dass es sie immer fester wieder aneinander zog. Nun war ihr plötzlich, als hätte es heimlich etwas lange geschlossenes in ihr zersprengt. Es stiegen langsam, wie aus einer kaum sichtbaren, aber bis an irgendeine tiefe reichenden Wunde in kleinen unauffälligen Tropfen daraus Gedanken und Gefühle empor und weiteten die Stelle. Es gibt so viele Fragen in dem Verhältnis zu geliebten Menschen, über die der Bau des gemeinsamen Lebens hinausgeführt werden muss, bevor sie zu Ende gedacht sind. Und später lässt das Gewordene keine Kraft mehr frei, um es sich anders auch nur vorzustellen. Dann steht wohl irgendwo am Weg ein sonderbarer Pfahl, ein Gesicht säumt ein Duft, verläuft in Gras und Steinen ein nie betretener Pfad. Man weiß, man müsste zurückkehren, sehen, aber alles dringt vorwärts, nur wie Spinnwebfaden, Träume. Ein raschelnder Ast zögert etwas am Schritt und von einem nicht gewordenen Gedanken strahlt eine stille Lähmung aus. In der letzten Zeit, manchmal vielleicht etwas häufiger, war dieses Zurücksehen, ein stärkeres sich zurückbiegen nach der Vergangenheit. Claudinens Treue lehnte sich dagegen auf, gerade weil sie keine Ruhe, sondern ein Kräfte freimachen war. Ein gegenseitiges einander stützen, ein Gleichgewicht durch die beständige Bewegung nach vorwärts, ein Hand in Hand laufen. Aber manchmal kam mittendrin doch plötzlich diese Versuchung stehen zu bleiben, ganz allein stehen zu bleiben und um sich zu sehen. Sie fühlte dann ihre Leidenschaft wie etwas Zwingendes, Nötigendes, Fortreißendes. Und noch wenn es überwunden war und sie Reue fühlte und das Bewusstsein von der Schönheit ihrer Liebe sie von Neuem überkam, war das starr und schwer wie ein Rausch und sie begriff entzückt und ängstlich jede ihrer Bewegungen so groß und steif darin wie in goldenen Brokat verschnürt. Irgendwo aber lockte etwas und lag still und bleich wie März Sonnenschatten auf Frühlings Wunder Erde. Claudine wurde auch in ihrem Glück zuweilen von dem Bewusstsein einer bloßen Tatsächlichkeit fast seines Zufalls befallen. Sie dachte manchmal als müsste noch eine andere ferne Art des Lebens für sie bestimmt sein. Es war das vielleicht nur die Form eines Gedankens die von früher in ihr zurückgeblieben war. Nicht ein wirklich gemeinter Gedanke sondern nur ein Gefühl wie es ihn einst begleitet haben mochte. Eine leere unaufhörliche Bewegung des Spähens und Hinaussehens die zurückweichend und nie zu erfüllend ihren Inhalt längst verloren hatte und wie die Öffnung eines dunklen Gangs in ihren Träumen lag. Vielleicht war es aber ein einsames Glück viel wunderbarer als alles. Etwas Lockeres, Bewegliches und Dunkel Empfindsames an einer Stelle ihres Verhältnisses wo in der Liebe anderer Menschen nur knöchern und seelenlos das feste Traggerüst liegt. Eine leise Unruhe war in ihr ein fast krankhaftes sich nach äußerster Gespanntheit Sehnen die Ahnung einer letzten Steigerung und manchmal war es als sei sie einem unbekannten Liebesleid bestimmt. Zuweilen wenn sie Musik hörte berührte diese Ahnung ihre Seele heimlich weit draußen irgendwo. Sie erschrak dann darüber dort im Unkenntlichen plötzlich noch ihre Seele zu spüren. Jedes Jahr aber kam eine Zeit in der Winterwende wo sie sich nach diesen äußersten Grenzen näher fühlte als sonst. In diesen nackten entkräftet zwischen Leben und Tod hängenden Tagen empfand sie eine Wehmut die nicht die des gewöhnlichen Verlangens nach Liebe sein konnte sondern fast eine Sehnsucht diese große Liebe die sie besaß zu verlassen. Als dämmerte vor ihr der Weg einer letzten Verkettung und führte sie nicht mehr zum Geliebten hin sondern fort und schutzlos in die weiche trockene Wellkeit einer schmerzhaften Weite und sie merkte daß das von einer fernen Stelle kam wo ihre Liebe nicht mehr bloß etwas zwischen ihnen allein war sondern in blassen Wurzeln unsicher an der Welt hing. Wenn sie zusammen gingen waren ihre Schatten nur ganz dünn gefärbt und hingen so locker an ihrem Schritt als vermöchten sie ihn nicht an die Erde zu binden und der Klang des harten Bodens unter ihren Füßen war so kurz und versinkend und kahle Sträucher starrten so in den Himmel daß es in diesen von einer ungeheuren Sichtbarkeit durchschauerten Stunde war als ob sich mit einem Mal die stummen folgsamen Dinge von ihnen los gemacht hätten und seltsam würden und sie waren hoch und aufgerichtet in dem halben Licht wie Abenteurer wie Fremde wie Unwirkliche von ihrem Verhalten ergriffen voll Stücken eines unbegreiflichen in sich dem Nichts antwortete das von allen Gegenständen abgeschüttelt wurde und von dem ein zerbrochener Schein in die Welt fiel der verworfen und ohne Zusammenhang da in einem Ding dort in einem entschwindenden Gedanken aufleuchtete dann vermochte sie zu denken dass sie einem anderen gehören könnte und es erschien ihr nicht wie Untreue sondern wie eine letzte Vermählung irgendwo wo sie nicht waren wo sie nur wie Musik waren wo sie eine von niemandem gehörte und von nichts widerhalte Musik waren und dann fühlte sie ihr Dasein nur wie eine knirschende Linie die sie eingrub um sich in dem wirren schweigen zu hören wie etwas wo ein Augenblick den Nächsten fordert und sie das wurde was sie tat unaufhaltsam und belanglos und doch etwas blieb was sie nie tun konnte und während ihr plötzlich war als möchte es sein daß sie einander erst mit der Lautheit des einen leisen fast wahnsinnig innigen schmerzlichen Ton nicht hören wollens liebten ahnten ihr die tieferen Verwicklungen und ungeheuren Verschlingungen die in den Pausen geschahen den Lautlosigkeiten den Augenblicken des aus dem Tosen in die uferlose Tatsache Aufwachens und bewusstlosen Geschehnissen mit einem Gefühl dazustehen und mit dem Schmerz des einsamen nebeneinander der Hineinragens vor dem alles andere Handel nur ein Betäuben und Verschließen und mit Lärm sich einschläfern war liebte sie ihn wenn sie dachte ihm das letzte irrdschwere wehzutun noch Wochen danach blieb ihre Liebe diese Farbe dann verging es aber oft wenn sie die Nähe eines anderen Menschen fühlte kehrte es schwächer wieder es genügte ein gleichgültiger Mensch der etwas gleichgültiges sprach und sie empfand sich wie von dort her angesehen erstaunt warum bist du noch hier es geschah nie dass sie nach solchen fremden Geschöpfen verlangte es war ihr schmerzhaft an sie zu denken es ekelte ihr aber es war mit einem mal das körperlose schwanken der stille um sie und sie wusste dann nicht ob sie sich hob oder sank Claudine sah jetzt hinaus es war draußen alles noch so wie vorher aber ob es nun eine Folge ihrer Gedanken war oder warum sonst schal und unnachgiebig lag ein Widerstand darüber als sähe sie durch eine dünne milchige Widrigkeit hindurch jene unruhige überleichte tausendbeinige Lustigkeit war unerträglich gespannt worden es trippelte und floss überreizt und äffend wie von zwergenhaften Schritten darinnen etwas allzu lebhaftes und blieb für sie doch stumm und tot da dort warf es sich wie ein leeres klappern empor schliff wie mit einer ungeheuren reibung dahin es tat ihr körperlich weh in diese bewegung zu schauen in der ihr empfinden nicht mehr war dieses leben das kurz vorher noch in sie hineingedrungen und gefühl geworden war sah sie noch da draußen voll von sich und benommen aber sobald sie es an sich zu ziehen suchte bröckelten die dinge ab und zerfielen unter ihrem ansehen es entstand eine hässlichkeit die seltsam in den augen bohrte als beugte sich dort ihre seele hinaus weit und gespannt und langte nach etwas und griffe ins leere und mit einem mal fiel ihr ein dass auch sie genauso wie all dies in sich gefangen und auf einen platz gebunden dahin lebte in einer bestimmten stadt in einem hause darin einer wohnung und einem gefühl von sich durch jahre auf diesem winzigen platz und da war ihr als ob auch ihr glück wenn sie einen augenblick stehen stehen bliebe und wartete wie solch ein haufen grölender dinge davon ziehen könnte aber es erschien ihr nicht bloß als ein zufälliger gedanke sondern es war etwas darin von dieser sich grenzenlos aufrichtenden öde in der ihr gefühl vergeblich einen halt suchte und es rührte sie ganz leise etwas an wie es einen kletterer an einer wand fasst und es kam ein ganz kalter stiller augenblick wo sie sich selbst hörte wie ein kleines unverständliches Geräusch an der ungeheuren Fläche und dann an einem plötzlichen Verstummen merkte wie leise sie gesickert war und wie groß und voll grauenhaft vergessener Geräusche dagegen die steinene Stirn der Leere und während sie sich davor einzog wie eine dünne Haut und die lautlose Angst an sich zu denken in den Fingerspitzen spürte und ihre Empfindungen wie kleine Körnchen an ihr klebten und ihre Gefühle wie Sand rieselten hörte sie wieder den eigentümlichen Ton wie ein Punkt ein Vogel schien ihr in der Leere zu schweben und da empfand sie plötzlich alles wie ein Schicksal dass sie gereist war dass die Natur vor ihr zurück wich dass sie sich gleich zu Beginn dieser Fahrt zur Scheu geduckt und gefürchtet hatte vor sich vor den anderen vor ihrem Glück und ihre Vergangenheit erschien ihr mit einem Mal wie ein unvollkommener Ausdruck von etwas das erst geschehen mußte sie sah ängstlich noch immer hinaus aber es begann allmählich unter dem Druck des ungeheuer Fremden ihr Geist sich alle Abwehr und bezwingen wollenden Kräfte zu schämen und ihr war als besenne er sich und es ergriff ihn leise jene feinste letzte geschehen lassende Kraft der Schwäche und er wurde dünner und schmaler als ein Kind und weicher als ein Blatt verblichener Seide und nunmehr mit einem sanft heraufdämmerten Entzücken empfand sie dieses leise tiefste abschiedhafte menschliche Glück der Fremdheit in der Welt mit dem Gefühl nicht in sie eindringen zu können zwischen ihren Entscheidungen keine für sich bestimmt zu finden mitten unter ihnen an den Rand des Lebens gedrängt den Augenblick vor dem Sturz in die blinde Riesenhaftigkeit eines leeren Raumes zu fühlen und sie begann sich mit einem Mal ganz dunkel nach ihrem früheren von fremden Menschen missbrauchten und Leben zu sehnen wie nach dem blassen wachen wachsein in einer Kindheit wenn im Haus die Geräusche von einer Wohnung zu anderen wanderten und sie nirgends mehr hingehörte und von dem Druck des seelischen Eigengewichts entlastet noch ein irgendwo schwebendes Leben führte draußen tobte lautlos die Landschaft ihre Gedanken fühlten die Menschen so groß und laut und sicher werden und sie schlüpfte davor in sich hinein und hatte nichts als ihr Nichts sein ihre Schwerelosigkeit ein Treiben auf irgendetwas und allmählich begann der Zug ganz still in weichen langen Schwingungen durch eine Gegend zu fahren die noch im tiefen Schnee lag der Himmel wurde immer niedriger und es dauerte nicht lange so fing er schon auf wenige Schritte an in dunklen grauen Vorhängen von langsam dahintreibenden Flocken auf der Erde zu schleifen in den Wagen wurde es dämmerig und gelb die Umrisse ihrer Mitreisenden hoben sich nunmehr ungewiß vor Claudin ab sie schwankten langsam und unwirklich hin und her sie wusste nicht mehr was sie dachte nur ganz still fasste sie eine Lust am Alleinsein mit fremden Erlebnissen es war wie ein Spiel leichtester unfassbarer Trübungen und großer danach tastender schattenhaften Bewegungen der Seele und sie suchte sich ihres Mannes zu erinnern aber sie fand von ihrer fast vergangenen Liebe nur eine wunderliche Vorstellung wie von einem Zimmer mit langen geschlossenen Fenstern sie mühte sich das abzuschütteln aber es wich nur ganz wenig und blieb irgendwo in der Nähe wieder liegen und die Welt war so angenehm kühl wie ein Bett in dem man allein zurückbleibt da war ihr als stünde ihr eine Entscheidung bevor aber sie wußte nicht warum sie es so empfand und sie war nicht glücklich und nicht entrüstet sie fühlte bloß dass sie nichts tun und nichts hindern wollte und ihre Gedanken wanderten langsam draußen in den Schnee hinein ohne zurückzusehen immer weiter und weiter wie wenn man zu müde ist um umzukehren und geht und geht gegen Ende der Fahrt hat der Herr gesagt ein Idyll eine verzauberte Insel eine schöne Frau im Mittelpunkt eines Märchens von weißen Dessous und Spitzen und er macht eine Bewegung gegen die Landschaft wie albern dachte Claudine aber sie fand nicht gleich die rechte Antwort es war wie wenn einer angepocht hat und ein dunkles großes Gesicht hinter blassen Scheiben schwimmt sie wußte nicht wer dieser Mensch war es war ja gleichgültig wer dieser Mensch war sie fühlte nur dass er dastand und etwas wollte und dass jetzt etwas begann wirklich zu werden wie wie wenn zwischen Wolken sich ein leiser Wind erhebt und sie in einer Reihe ordnet und langsam davon zieht spürte sie in das reglos weiche Gewölk ihrer Gefühle die Bewegungen dieses wirklich eine 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 und dann das Kleid sein möchte das im Dunkeln allein um seine Schmerzen ist so kamen sie an am späten Nachmittag in einem entleerten Zug einzeln versickerten die Menschen aus den Wagen Station um Station hatte sie aus den anderen heraus gesiebt und nun fegt sie etwas mit raschen Griffen zusammen denn zu der einstündigen Fahrt von der Bahn in den Ort standen nur drei Schlitten bereit und man musste teilen als Claudine wieder zu überlegen begann fand sie sich schon mit vier anderen Menschen in einem der kleinen Gefährte von vorn kam der fremde Geruch der in der Kälte dampfenden Tiere und Wellen verstreuten Lichts das aus der Laterne zurückfiel zu weilen aber flutete die Finsternis bis an die Schlitten heran und durch ihn hindurch dann sah Claudine dass sie zwischen zwei Reihen hoher Bäume fuhren wie in einem dunklen Gang der gegen ein Ziel zu immer enger wurde sie saß wegen der Kälte mit dem Rücken dagegen vor ihr war jener Mensch groß breit und in seinem Pelz gehüllt er versperrte ihren Gedanken den Weg die zurück wollten wie wenn ein Tor zugefallen wäre fand plötzlich jeder Blick seine dunkle Figur vor sich es fiel ihr auf dass sie ihn einige Male anblickte um zu wissen wie er aussah in einer Weise als handelte es sich nur mehr darum und alles andere sei schon bestimmt aber sie fühlte mit Lust dass er ganz ungewiss blieb ein beliebiger nur eine dunkle Breite von Fremdheit und manchmal schien die ihr näher zu kommen wie ein wandernder Wald mit einem Gewirr von Stämmen und auf ihr zu lasten wie ein Netz spannte sich inzwischen das Gespräch um die Menschen in dem kleinen Schlitten auch er beteiligte sich daran und gab alltäglich kluge Antworten wie sie manche geben mit etwas jener Würze die wie ein scharfer sicherer Geruch den Mann vor der Frau umkleidet sie wurde in diesen Augenblicken wie selbstverständlichen männlichen Herrschaftsanspruchs verlegen und erinnerte sich mit Scham dass sie seine Anspielungen nicht strenger zurückgewiesen hatte und wenn sie dann sprechen musste schien ihr dass es zu bereitwillig geschah und sie hatte plötzlich von sich ein kraftloses abgebrochenes wie ein Armstumpf fuchtelndes Gefühl dann bemerkte sie wohl wie sie willenlos hin und her geschleudert wurde und bei jeder Krümmung des Weges bald an den Armen berührt bald an den Knien manchmal mit dem ganzen Oberkörper an einem Fremden lehnend und und empfand es durch irgendeine entfernte Ähnlichkeit wie wenn dieser kleine Schlitten ein verfinstertes Zimmer wäre und diese Menschen heiß und drängend um sie säßen und sie ängstlich Schamlosigkeiten ertrüge lächelnd als ob sie es nicht merke und die Augen geradeaus von sich weg richtet aber alles das war wie wenn man im Halbschlaf einen schweren Traum empfindet dessen Unwirklichkeit man stets ein wenig bewusst bleibt und sie wunderte sich nur ihn so stark zu fühlen bis der Mensch sich einmal herausbeugte zum Himmel hinauf sah und sagte wir werden eingeschneit werden da sprangen ihre Gedanken wie mit einem Schlage ins ganz Wache hinüber sie sah auf die Leute scherzten heiter und harmlos wie wenn man am Ende einer Dunkelheit Licht und kleine Gestalten sieht und sie hatte mit einmal ein merkwürdig gleichgültiges nüchternes Bewusstsein von Wirklichkeit sie merkte mit Verwunderung dass sie sich trotzdem berührt empfand und es stark fühlte es ängstigte sie beinahe denn es war eine bleiche fast überklare Bewusstseins helle in der nichts in das bloß ungefähre von träumen versinken konnte durch die sich keine Gedanken bewegte und in der doch die Menschen zuweilen zackig und maßlos groß wie Hügel wurden als glitten sie plötzlich durch einen unsichtbaren Nebel in dem das Wirkliche zu einem riesigen schattenhaften zweiten Umriß wuchs sie fühlte dann beinahe Demut und Furcht vor ihnen und verlor doch nie vollkommen die Empfindung dass diese Schwäche nur ein seltsames Vermögen sei es war als hätten sich die Grenzen ihres Seins unsichtbar und empfindsam über sie hinaus geschoben und alles stieß leis daran und machte sie zittern und sie erschrak zum ersten Mal vor diesem sonderbaren Tag dessen Einsamkeit mit ihr wie ein unterirdischer Weg allmählich in das wirre Flüstern innerer Dämmerungen versunken war und nun in ferner Gegend sich plötzlich in unnachgiebig wahrhaftes Geschehen emporhob und sie mit einer weiten fremden ungewollten Wirklichkeit allein ließ und sie sah heimlich zu dem Fremden hinüber er zündete in diesem Augenblick ein Streichholz an sein Bart ein Auge leuchteten auf sie fühlte auch dieses nicht sagende Handeln mit einem Mal so merkwürdig sie empfand plötzlich die Festigkeit in diesem Geschehen wie selbstverständlich sich eins ans andere schloss und da war dumm und ruhig und doch wie eine einfache ungeheure steinern gefügte Gewalt sie dachte daran daß es gewiß nur ein alltäglicher Mensch sei und da befiel sie allmählich ein leises verwehtes ungreifbares Gefühl von sich aufgelöst und zerfetzt wie blasser flockerner Schaum glaubte sie in der Dunkelheit vor ihm zu schwimmen es bereitete ihr jetzt einen wunderlichen reiz ihm freundlich zu antworten sie sah dabei machtlos mit regloser Seele ihren eigenen Handlungen nach und fühlte einen zwischen Lust und Erleiden zerspaltenen Genuß an sich wie in dem plötzlich vertieften Innenraum einer großen Erschöpfung kauernd Einmal aber fiel ihr ein daß es früher manchmal in solcher Weise begonnen hatte da streifte sie bei dem Gedanken solcher Wiederkehr einen Augenblick lang ein schwirrendes willenlos begehrliches Entsetzen wie vor einer noch namenlosen Sünde sie dachte plötzlich ob er bemerkt haben mochte daß sie ihn ansah und es füllte sich ihr körper mit einer leisen fast unterwürfigen sinnlichkeit wie ein dunkles versteck um die heimlichkeit seiner seele der fremde jedoch saß groß und ruhig in der finsternis und lächelte bloß manchmal oder auch das schiene nur so so fuhren sie nah voreinander in der tiefen dämmerung dahin und allmählich begann in ihre gedanken wieder jene leise vorwärts drängende unruhe zu kommen sie versuchte sich zu sagen daß alles nur die bis zur täuschung verwirrte innere stille dieser plötzlichen einsamen reise unter fremden menschen sei und manchmal wieder glaubte sie daß es der wind war in dessen steife glühende kälte gewickelt sie starr und willenlos wurde zuweilen aber war er ganz sonderbar als ihr Mann ihr jetzt wieder ganz nahe und diese schwäche und sinnlichkeit ein wunderseliges gefühl gefühl in ihrer liebe und einmal als sie gerade wieder zu dem unbekannten hinübergesehen hatte und diese schattenhafte preisgabe ihres willens ihre härte und untastbarkeit empfand stand plötzlich hell über ihrer Vergangenheit ein Schein wie über einer unsagbaren fremd gewordenen Weite es war ein sonderbares Zukunftsgefühl als ob dieses längst verflossene noch lebte im nächsten Augenblick aber war es nur mehr ein verlöschender Streif des Verstehens im Dunkel und nur in ihrem Innern schwang etwas nach irgendwie als ob es die noch nie gesehene Landschaft ihrer Liebe gewesen wäre von riesigen Dingen erfüllt und leise sausend verwirrt und fremd sie wußte nicht mehr wie und fühlte sich zagend und weich in sich gehüllt voll sonderbarer noch nicht fassbarer von dort her kommender entschlüsse und sie mußte an seltsam von den übrigen abgeschnittene Tage denken die wie eine Flucht abseits liegender Zimmer einer in den anderen mündend vor ihr lagen und hörte dazwischen jeden Huftritt der Pferde der sie hilflos in das belanglos gegenwärtige der durch die umstände bedingten Nachbarschaft in diesem Schlitten geschlagen dem näher trug und fügte sich mit übereiltem lachen in irgendein gespräch und war in ihrem innern groß und verästelt und vor unübersehbarkeit machtlos wie mit lautlosem tuch überspannt in in der nacht dann war sie aufgewacht wie von schnellen geklingel sie fühlte plötzlich daß es schneite sie sah gegen das fenster weich und schwer wie eine mauer stand es in der luft sie schlich auf den zehen mit bloßen füßen hin es geschah alles rasch hintereinander dunkel kam mir dabei vor daß sie ihre nackten füße wie ein tier auf den boden setzte dann starrte sie nah und stumpf in das dicke gegitter der flocken sie tat dies alles wie man im schlaf auffährt mit dem engen raum eines bewusstseins das wie eine kleine unbewohnte insel hervortaucht es war ihr als stünde sie sehr weit fort von sich und mit einem mal fiel ihr ein und die betonung fiel ihr ein mit der er gesagt hatte wir werden hier eingeschneit werden da versuchte sie sich zu besinnen und kehrte sich um eng lag das zimmer hinter ihr und es war noch etwas sonderbares in dieser enge wie ein käfig oder wie geschlagen werden claudin zündete eine kerze an und leuchtete über die dinge es begann langsam der schlaf von ihnen abzufließen und sie waren noch als hätten sie nicht genau in sich zurück gefunden schrank kasten bett und doch etwas zu viel oder zu wenig ein nichts ein raues rieselndes nichts blind und eingefallen standen sie in der kahlen dämmerung des flackernden lichtes auf tisch und wänden lag noch ein endloses gefühl von staub und wie barfuß darüber gehen müssen das zimmer mündete auf einen schmalen holzgedielten weiß getünchten gang sie wußte wo die stiege herauf kam hing in einem ring aus draht eine trübe lampe sie warf fünf helle schwankende kreise an die decke dann verrann ihr licht wie spuren schwierig tastender hände auf dem kalk der wände wie eine wache vor einer sonderbar erregten leere waren diese fünf hellen sinnlos schwankenden kreise rings umschliefen fremde menschen clodin fühlte eine plötzliche fantastische hitze sie hätte leise schreien mögen wie katzen schreien vor angst und begierde wie sie so dastand aufgewacht in der nacht während lautlos ehrletzte schatten ihres seltsam empfundenen tuns in die schon wieder glatten wände ihres innern schlüpfte und plötzlich dachte sie wenn er nur käme und einfach zu tun versuchte was er doch sicher wollte sie wußte nicht wie sie erschrak wie eine heiße kugel rollte etwas über sie hin minutenlang war nichts als dieses seltsame erschrecken und dahinter jene peitschen gerade schweigsame enge dann machte sie den versuch sich den menschen vorzustellen aber es gelange nicht sie fühlte bloß den vorsichtig vorgedehnten tierhaften schritt ihrer gedanken nur zuweilen sah sie etwas von ihm wie es in wirklichkeit war seinen bart sein eines leuchtendes auge dann empfand sie ekel sie fühlte dass sie niemals mehr einem fremden menschen gehören könnte und gerade da gerade zugleich mit diesem abscheu ihres geheimnisvoll nur nach dem einen sehnsüchtigen körpers vor jedem anderen fühlte sie wie in einer zweiten tiefen Ebene ein hinabbeugen ein schwindeln vielleicht eine Ahnung von menschlicher Unsicherheit vielleicht ein bangen vor sich vielleicht nur ein unfassbares sinnloses versuchendes dennoch jenen anderen herbei wünschen und es floß ihre angst durch sie wie die sengende kälte die eine zerstörende lust nah vor sich her treibt gleichmütig begann einstweilen eine Uhr mit sich selbst irgendwo zu sprechen Schritte gingen unter ihrem Fenster vorbei und verklangen ruhige Stimmen es war kühl im Zimmer von ihrer Haut hob sich die Wärme des Schlafs unbestimmt und widerstandslos schwang sie mit ihr wie in einer Wolke von Schwäche durch die Finsternis hin und her sie schämte sich vor den und sich gleich rings um sie vor sich hin starrten während ihr wirr vor Bewusstsein war dass sie dastand und auf einen Unbekannten wartete und doch begriff sie dunkel dass es nicht jener Fremde war der sie lockte sondern nur dieses Dastehen und Warten eine feinzahnige wilde preisgegebene Seligkeit sie zu sein Mensch in ihrem Erwachen zwischen den leblosen Dingen aufgesprungen wie eine Wunde und während sie ihr Herz schlagen fühlte als trüge sie ein Tier in der Brust verstört irgendwoher in sie verflogen hob sich seltsam ihr Leib in seinem stillen Schwanken und schloss sich wie eine große fremde nickende Blume darum durch die plötzlich in der in unsichtbarer Weiten gespannte Rausch eine geheimnisvollen Vereinigung schaudert und sie hörte leise das ferne Herz des Geliebten wandern unsteht ruhelos heimatlos in die Stille klingend wie ein Ton eine über Grenzen verwehten fremdherr wie sternlicht flackernd Musik von der unheimlichen Einsamkeit dieses sie suchenden Gleichklangs wie von einer ungeheuren Verschlingung ergriffen weit über alles Wohnland der Seelen hinaus da fühlte sie daß hier sich etwas vollenden sollte und wurde nicht gewahr wie lange sie so stand Viertelstunden Stunden die Zeit lag reglos von unsichtbaren Quellen gespeist wie ein uferlose See ohne Mündung und Abfluss um sie nur einmal irgendwann glitt irgendwo von diesem unbegrenzten Horizont hier etwas Dunkles durch ihr Bewusstsein ein Gedanke ein Einfall und wie es an ihr vorbeizog erkannte sie die Erinnerung darin an lang versunkene Träume ihres früheren Lebens sie glaubte sich von Feinden gefangen und war gezwungen demütige Dienste zu tun und währenddessen begann es schon zu entschwinden und schrumpfte ein und aus der dunstigen Unklarheit der Weite hob sich ein letztes Mal wie gespenstisch klar geknotetes Stangen und Tauwerk eins nach dem anderen darüber hinaus und es fiel ihr ein wie sie sich nicht wehren konnte wie sie aus dem Schlaf schrie wie sie schwer und dumpf gekämpft bis ihr die Kraft und die Sinne schwanden dieses ganze maßlose formlose Elend ihres Lebens und dann war es vorbei und in der wieder zusammen fließenden Stille war nur ein Leuchten eine atmend zurückstreichende Welle als wäre ein unsagbares gewesen und da kam es plötzlich von dort über sie wie einstens diese schreckliche wehrlosigkeit ihres Daseins hinter den träumen fern unfassbar im imaginären noch ein zweites mal lebte eine verheißung ein sehnsuchts schimmer eine niemals gefühlte weichheit ein ich gefühl das von der fürchterlichen unwiderruflichkeit ihres schicksals nackt ausgezogen seiner selbst entkleidet während es taumelnd nach immer tieferen entkräftungen verlangte sie dabei seltsam wie der in sie verirrte mit zielloser zärtlichkeit seine vollendung suchende teil einer liebe verwirrte für die es in der sprache des tags und des harten aufrechten ganges noch kein wort gab in diesem augenblick wusste sie nicht mehr ob sie nicht eben erst vor ihrem erwachen zum letzten mal diesen traum geträumt hatte seit jahren hatte sie ihn vergessen geglaubt und mit einem Mal schien seine Zeit ganz nahe hinter ihr zu stehen wie wenn man sich umkehrt und plötzlich in ein antlitz starrt und ihr wurde so seltsam als ob in diesem einsam abgesonderten zimmer zimmer ihr leben in sich selbst zurück liefe wie spuren in eine verworrene fläche hinter clodinens rücken brannte das kleine licht das sie angesteckt hatte ihr gesicht hielt sie ins dunkel und allmählich fühlte sie nicht mehr wie sie aussah wie ein absonderliches loch im finstern im gegenwärtigen erschien ihr ihr umriss und ganz langsam wurde ihr als sei sie in wirklichkeit gar nicht hier wie wenn nur irgendetwas von ihr gewandert und gewandert wäre durch raum und jahre und wachte nun auf fern von ihr selbst und verstiegen und sie stünde in Wirklichkeit immer noch bei jenem versunkenen Traum Gefühl irgendwo eine Wohnung tauchte auf Menschen eine grässlich verstrickte Angst und dann eine röten ein weich werdender Lippen und plötzlich das Bewusstsein es wird wieder einer kommen und ein anderes vergangenes Gefühl von ihrem gelösten Haar von ihren Armen als wäre sie noch mit all dem untreu und da mit einem Mal mitten in dem ängstlich sich fest klammenden Wunsch sich dem Geliebten zu wahren ihre bittend gehobenen Hände Hände fast 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 nur der Gedanke wir liebten einander bevor wir einander kannten als dehnte sich plötzlich in ihr die unendliche Spannung ihre Liebe weit über das gegenwärtige in die Untreue hinaus aus der sie einst zu ihnen beiden gekommen war wie aus einer früheren Form ihres ewigen zwischen ihnen seins und sie ließ sich sinken und fühlte wie betäubt lange nichts als daß sie auf einem kahlen Stuhl vor einem kahlen Tisch saß und dann war es wohl jener G der ihr einfiel und das Gespräch vor der Reise mit seinen verhüllten Worten und niemals gesprochene Worte und dann irgendeinmal kam von einem Spalt des Fensters die feuchte milde Luft der verschneiten Nacht und strich schweigsam und zärtlich an ihren nackten Schultern herab und da begann sie ganz weh und ferne wie ein Wind über regenschwarze Felder kommt begann sie zu denken daß es eine regen leise wie ein Himmel eine Landschaft über spannende Lust sein müßte untreu zu sein ein geheimnisvoll das Leben schließende Lust Am nächsten Morgen aber lag eine eigentümliche Luft von Vergangenheit über allem Clodin wollte ins Institut gehen ihr Wachen war früh und wie aus klarem schwerem Wasser sie erinnerte nichts mehr von dem was sie während der Nacht bewegt hatte sie hatte den Spiegel vors Fenster gerückt und steckte ihr Haar auf im Zimmer war es noch dunkel aber als sie sich so mit angestrengtem Schauen vor ihrem blinden kleinen Spiegel frisierte kam ihr ein Gefühl von sich wie von einem Landmädchen das sich für den Sonntagsausgang schön macht und sie empfand ganz stark dass das für die Lehrer geschah die sie sehen würde oder vielleicht für den Fremden und konnte von da an diese sinnlose Vorstellung nicht wieder los werden sie hatte innerlich wohl nichts mit ihr zu tun aber sie haftete an allem was Claudine tat und jede Bewegung erhielt etwas von einer dummsinnlichen breitbeinigen Geziertheit die langsam widerwärtig und unaufhaltsam von der Oberfläche in die Tiefe sickerte nach einer Weile ließ sie wirklich die Arme ruhen aber schließlich war all das zu unvernünftig um das was notwendig geschehen mußte länger zu hindern und während es bloß so blieb und schwank und mit einem ungreifbaren Gefühl von nicht tun sollen und gewolltem und ungewolltem in einer anderen nebelhafteren unfesteren Kette als der der wirklichen Entscheidungen das Geschehene begleitete und 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 Clodinens Hände in 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 ihr in ihr weiches Haar griffen und die Ärmel ihres Morgenkleides an den weißen Armen hinauf glitten schien ihr das nun wieder irgendwann einstens immer so gewesen zu sein und es wurde ihr mit einem Mal sonderbar dass jetzt im Wachen in der Leere des Morgens ihre Hände auf und nieder gingen als gehörten sie nicht zu ihrem Willen sondern zu irgendeiner gleichgültig fremden Macht und da begann sich langsam die Stimmung der Nacht um sie zu heben Erinnerungen stiegen bis zu halber Höhe und sanken wieder eine Spannung war vor diesen kaum vergessenen Erlebnissen wie ein zitternder Vorhang Vor den Fenstern wurde es hell und ängstlich Claudine fühlte wie sie in dieses gleichmäßige blinde Licht sah eine Bewegung wie ein freiwilliges lösen der Hand und ein langsames lockendes abwärts gleiten zwischen silbern leuchtenden Blasen und fremden mit großen Augen stehenden Fischen der Tag begann sie nahmen Blatt Papier und schrieb Worte an ihren Mann alles ist sonderbar es wird nur wenige Tage dauern aber mir ist als sei ich hoch über mir verschlungen in etwas unsere Liebe sag mir was sie ist hilf mir ich muss dich hören ich weiß sie ist wie ein Turm aber mir ist als fühlte ich nur das Zittern rings um eine schlanke Höhe als sie diesen Brief zusammenhanglosen Pünktchen begann wieder das Leben sie kehrte zurück und ging durch die Straßen des Orts unruhig vielleicht eine Stunde lang sie bog in alle Gassen kam nach einiger Zeit das gleiche Stück Wegs in entgegengesetzter Richtung verließ es dann wieder nun nach der anderen Seite kreuzte Plätze wo sie noch fühlte wie sie vor wenigen Minuten geschritten war überall glitt der weiße Schattenspiel der fieberhaft leeren Weite durch diese kleine von der Wirklichkeit abgeschnittene Stadt Vor den Häusern lagen hohe Welle aus Schnee Die Luft war klar und trocken Es schneite zwar noch immer aber nur mehr spärlich und in flachen fast verdorrten glitzernden Plättchen als ob es bald enden wollte Zuweilen schauten über verschlossenen Türen die Fenster der Häuser ganz hellblau und gläsern auf die Straße und auch unter den Füßen klang es wie Glas Manchmal aber polterte ein Stück hart gefrorenen Schnees eine Traufe hinunter Dann war es noch Minuten lang als starrte ein zackiges Loch das es in die Stille gerissen hatte und plötzlich plötzlich irgendwo eine Haus rosa rot aufzuleuchten oder zart gelb wie ein Kanarien Vogel was sie dann tat erschien ihr dann seltsam in überlebendiger Stärke noch ganz groß und schwindelig es war da wurde denken was sie jetzt empfand war nicht mehr bloß unbestimmt streifend sondern an wirkliche Menschen geknüpft und dennoch war es nicht Angst vor ihnen sondern davor dass es sie empfinden konnte als ob sich während die Reden dieser Menschen sie einhüllte heimlich in ihr etwas bewegt und leise gerüttelt hätte kein einzelnes Gefühl sondern irgendein Grund in dem die alle ruhen wie wenn man manchmal durch Wohnungen geht die einen anwiedern aber man spürt ganz sacht allmählich eine Vorstellung wie Menschen hier glücklich sein können und mit einem Mal kommt ein Augenblick wo es einen umfängt als ob man sie wäre man möchte zurückspringen und fühlt erstarrt von allen Seiten die Welt geschlossen und ruhig auch um diesen Mittelpunkt stehen in dem grauen Licht diese schwarzen bärtigen Menschen erschienen ihr wie Riesengebilde in dämmernden Kugeln von solchem fremden Gefühl und sie suchte sich vorzustellen wie es sein müsste um sich das sich schließen zu fühlen und während ihre Gedanken rasch wie in einem weichen formlos quellenden Boden versanken hörte sie bald nur mehr eine Stimme die vom Rauchen geraut und deren Worte in einen Zigaretten Dunst gebettet waren der beim Sprechen beständig um ihr Gesicht streifte und eine andere die hell war und hoch wie Blech und sie suchte den Klang sich vorzustellen mit dem sie in der geschlechtlichen Erregung zerbrochen in die Tiefe gleiten musste dann dann wieder zogen ungeschickte Bewegungen ihr Empfinden in seltsamen Windungen nach sich und einen olympisch lächerlichen suchte sie wie eine Frau zu fühlen die an ihn glaubte ein fremdes mit dem ihr Leben nichts gemeinsam hatte richtete sich nah und überhängend groß vor ihr auf wie ein zottiges einen betäubenden Geruch ausströmendes Tier ihr war als hätte sie eben nur mit der Peitsche hineinschlagen gewollt und gewahrte plötzlich gehemmt und ohne es zu durchschauen ein Spiel vertrauter Abstufungen in einem irgendwie dem ihren ähnlichen Gesicht da dachte sie heimlich wir Menschen wie wir könnten vielleicht selbst mit solchen Menschen leben es war ein eigentümlicher quälender Reiz eine dehnende Lust des Gehirns etwas wie eine dünne gläserne Scheibe lag davor an die sich ihre Gedanken schmerzhaft pressten um jenseits in eine ungewisse Trübe zu starren es freute sie den Menschen dabei klar und unverdächtig in die Augen zu blicken dann versuchte sie sich ihren Mann entfremdend wie von dort her gesehen vorzustellen es gelang ihr sehr ruhig an ihn zu denken es blieb ein wunderbarer unvergleichlicher Mensch aber ein unwägbares vom Verstand nicht zu fassendes war von ihm geschwunden und er erschien ihr etwas blass blass und nicht so nahe manchmal vor dem letzten Anstieg einer Krankheit steht man in solch einer kühlen beziehungslosen Heiligkeit doch da fiel ihr ein wie sonderbar es sei dass sie ähnliches wie das womit sie jetzt spielte irgendwann einmal wirklich erlebt haben konnte dass es eine Zeit gab wo es ihren Mann sicher und ohne von einer Frage beunruhigt zu werden so empfunden hätte wie sie ihn sich jetzt einzubilden suchte und es kam ihr mit einem mal alles ganz seltsam vor man geht täglich zwischen bestimmten Menschen und durch eine Landschaft eine Stadt ein Haus und diese Menschen oder diese Landschaft geht immer mit täglich bei jedem Schritt bei jedem Gedanken ohne Widerstand aber einmal bleiben sie plötzlich mit einem leisen Ruck stehen und stehen ganz unbegreiflich starr und still losgelöst in einem fremden hartnäckigen Gefühl und wenn man auf sich zurück sieht steht ein Fremder bei ihnen dann hat man eine Vergangenheit aber was ist das fragte sich Claudine und fand plötzlich nicht was sich geändert haben konnte sie wusste auch in diesem Augenblick dass nichts einfacher ist als die Antwort man selbst sei es der sich geändert habe und sie begann einen sonderbaren Widerstand zu fühlen die Möglichkeit dieses Vorgangs zu begreifen und und vielleicht erlebt man die großen bestimmenden Zusammenhänge nur in einer eigentümlich verkehrten Vernunft während sie nun bald die Leichtigkeit nicht verstanden mit der sie eine Vergangenheit die einst so nah um sie gewesen war wie ihr eigener Leib als fremd empfinden konnte bald wieder die Tatsache ihr unfassbar erschien dass überhaupt je etwas anders gewesen sein mochte als jetzt fiel ihr ein wie das ist wenn man manchmal etwas in der Ferne sieht fremd und dann geht man hin und an einer gewissen Stelle tritt es in den Kreis des eigenen Lebens aber der Platz wo man früher war ist jetzt so eigentümlich leer oder man braucht sich bloß vorzustellen gestern habe ich dies oder jenes getan irgendeine Sekunde ist immer wie ein Abgrund von dem ein kranker fremder verblassernder Mensch zurückbleibt man denkt bloß nicht daran und plötzlich erschien ihr in einer schlagschnellen Erhellung ihr ganzes Leben von diesem unverstehbaren unaufhörlichen Treubruch beherrscht mit dem man sich während man für alle anderen der gleiche bleibt in jedem Augenblick von sich selbst loslöst ohne zu wissen warum dennoch darin eine letzte nie verbrauchte bewusstseinsferne Zärtlichkeit ahnend durch die man tiefer als mit allem was man tut mit sich selbst zusammenhängt und während noch dieses Gefühl in seiner bloß gelegten Tiefe klar in ihr schimmerte war ihr als ob die Sicherheit die oben ihr Leben trug wie ein Kreisen um sie mit einem Mal es wieder nicht mehr trüge und es teilte sich in hundert Möglichkeiten schob sich wie verschiedene Leben hintereinander gelagerte Kulissen auseinander und in einem weißen leeren unruhigen Raum dazwischen tauchten die leere wie dunkle ungewisse Körper auf sankensuchend sahen sie an und stellten sich schwer auf ihren Platz sie sie fühlte eine eigentümlich traurige lust hier mit ihrem unnahbaren lächeln der fremden dame die ihr aussehen verschlossen vor ihnen sitzend bei sich selbst nur ein zufälliges zu sein nur durch eine wechselbare Hülle von Zufall und Tatsache die sie umfing von ihnen getrennt zu sein und während ihr das gespräch hurtig und nicht sagend von den lippen sprang und leblos behennt wie ein faden dahin lief begann sie langsam der gedanke zu verwirren dass sie wenn sich der dunst kreis eines dieser menschen um sie geschlossen haben würde auch das was sie dann täte wirklich wäre als wäre diese Wirklichkeit nur etwas Bedeutungsloses das zuweilen durch die gleichgültig geformte Öffnung eines Augenblicks heraufschießt unter der man sich selbst unerreicht in einem Strom von niemals wirklichem dahin fließt dessen einsamen weltfern zärtlichen laut keiner hört ihre Sicherheit dieses in liebender Angst an jenen einen geklammert sein erschien ihr in diesem Augenblick als etwas willkürliches unwesentliches und bloß oberflächliches im Vergleich mit einem vom Verstand kaum mehr zu fassenden Gefühl von Unwägbarem durch dieses Einsamsein in einer letzten geschehensleeren Innerlichkeit zueinander gehören und das war der Reiz als sie jetzt plötzlich der Ministerialrat einfiel sie begriff dass er sie begehrte und dass bei ihm wirklich werden sollte was hier noch ein Spiel mit Möglichkeiten war Einen Augenblick lang schauderte etwas in ihr und warnte sie Das Wort Sodomie fiel ihr ein Soll ich Sodomie treiben Aber dahinter war die Versuchung ihrer Liebe Damit du im Wirklichen fühlen musst Ich Ich unter diesem Tier Das Unvorstellbare Damit du dort nie mehr hart und einfach an mich glauben kannst Damit ich dir ungreifbar und versinkend wie ein Schein werde kaum dass du mich los lässt Nur ein Schein das ist du weißt ich bin nur etwas in dir nur etwas durch dich nur solange du mich festhältst sonst irgendetwas geliebter so seltsam vereint Und es fasste sie eine leise und treue Abenteurer Traurigkeit Jene Wehmut der Handlungen die man nicht ihrer selbst halber sondern tut um sie getan zu haben sie fühlte dass der Ministerialrat jetzt irgendwo stand und auf sie wartete es dünkte sie dass der eingeengte gesichtskreis zufallen und wehrte und lauschte doch schon mit vorgestreckten sinnen voraus als sie dem menschen begegnete stand er für sie nicht mehr am anfang einer bekanntschaft sondern unmittelbar vor dem hereinbruch sie wußte dass inzwischen auch er über sie nachgedacht und sich einen Plan zurecht gelegt hatte sie hörte ihn sagen ich habe mich damit abgefunden dass sie mich zurück weisen aber nie wird sie ein mensch so selbstlos verehren wie ich Claudine antwortete nicht seine Worte kamen langsam nachdrücklich sie fühlte wie es sein müsste wenn sie wirken würden dann sagte sie wissen sie dass wir wirklich eingeschneit sind es erschien ihr alles so wie wenn sie es schon einmal erlebt hätte ihre Worte schienen in den Spuren von Worten stecken zu bleiben die sie früher einmal gesprochen haben musste sie achtete nicht auf das was sie tat sondern auf den Unterschied dass das was sie jetzt tat Gegenwart war und irgendein gleiches Vergangenheit dieses willkürliche diesen zufälligen nahen Hauch von Gefühl darüber und sie hatte eine große unbewegte Empfindung von sich über der Vergangenheit und Gegenwart wie kleine Wellen sich wiederholten nach Nach einer Weile sagte der Ministerialrat plötzlich ich fühle dass etwas in ihnen zögert ich kenne dieses Zögern jede Frau steht einmal in ihrem Leben davor sie schätzen ihren Mann und wollen ihm gewiss nicht wehtun und verschließen sich darum aber eigentlich müssten sie sich wenigstens für Augenblicke davon freimachen und auch den großen Sturm erleben wiederum schwieg Claudine sie fühlte wie er ihr Schweigen missdeuten musste aber es tat ihr eigenartig wohl dass es etwas in ihr gab das sich nicht in Handlungen ausdrücken ließ und von Handlungen nichts erleiden konnte das sich nicht verteidigen konnte weil es unter dem Bereich der Worte lag das um verstanden zu werden geliebt werden musste wie er sich selbst liebte etwas das sie nur mit ihrem Mann gemeinsam hatte empfand sie stärker bei diesem Schweigen so war es eine innere Vereinigung während sie die Oberfläche ihres Wesens diesem Fremden überließ der sie verunstaltete in solcher Weise gingen sie und unterhielten sich und in ihrem Gefühl war dabei ein hinüberbeugen schwindelnd als empfände sie dann die wunderbare Unbegreiflichkeit des zu ihrem geliebten gehörens tiefer manchmal schien ihr dass sie sich schon ihrem begleiter anpasste mochte sie auch noch für einen anderen scheinen die gleiche zu sein und es kam ihr manchmal vor als erwachten scherze einfälle und bewegungen noch aus ihrer ersten frauenzeit in ihr Dinge denen sie sich längst entwachsen glaubte dann sagte er gnädige frau sie sind geistreich wenn er so sprach und neben ihr schritt wurde sie gewahrt dass seine worte in einen ganz leeren raum hinaus gingen den sie mit sich allein anfüllten und allmählich entstanden darin die Häuser an denen sie vorbeischritten um ein weniges anders und verschoben wie sie sich in den scheiben von fenstern spiegeln und die Gasse in der sie waren und nach einer Weile sie auch etwas verändert und verzerrt aber doch so dass sie sich noch erkannte sie fühlte die Gewalt die von dem alltäglichen Menschen ausging es war ein unmerkliches verschieben der Welt und vor sich hin rücken eine einfache Kraft der Lebendigkeit sie strahlte von ihm aus und bog die Dinge in ihre Oberfläche es verwirrte sie dass sie auch ihr Bild in dieser spiegelhaft gleitenden Welt gewahrte ihr ihr war wenn sie jetzt noch etwas nachgebe müsste sie plötzlich ganz dieses Bild sein und einmal sagt er plötzlich glauben sie mir es ist nur Gewohnheit hätten sie mit 17 oder 18 Jahren ich weiß es nicht einen anderen Mann kennengelernt und geheiratet würde ihnen heute der Versuch sich als die Frau ihres jetzigen Gemahls zu denken genau ebenso schwer fallen sie waren vor die Kirche gelangt groß und allein standen sie auf dem weiten Platz Claudine sah auf die Gebärden des Ministerialrats ragten aus ihm heraus in die Lehre da war ihr mit einem schlag einen Augenblick lang als ob tausend zu ihrem Körper auseinander gefügte Kristalle sich sträubten ein umhergeworfenes unruhiges zersplittert dämmerndes Licht stieg in ihrem Leib empor und der Mensch den es traf sah darin mit einem mal anders aus alle seine Linien kamen auf sie zu zuckernd wie ihr Herz alle seine Bewegungen fühlte sie von innen über ihren Körper gehen sie wollte sich zurufen wer es sei aber das Gefühl blieb wie ein wesenloser Schein ohne Gesetze eigentümlich schwebte es in ihr als ob es nicht zu ihr gehörte im nächsten Augenblick war nur mehr ein lichtes nebelndes entschwindendes ringsum sie blickte um sich still und gerade standen die Häuser um den Platz am Turm schlug die Uhr rund und metallisch sprangen die Schläge aus den Loken der vier Mauern lösten sich im Fallen auf und flatterten über die Dächer Clodine hatte die Vorstellung dass sie dann weit und klingend über das Land rollen mussten und sie fühlte mit einem mal schaudernd Stimmen gehen durch die Welt viel türmig und schwer wie dröhnende Städte aus Erz etwas das nicht verstand ist eine unabhängige unfassbare Welt des Gefühls die sich nur willkürlich zufällig und lautlos flüchtig mit der täglichen Vernunft verbindet wie jene grundlos tiefen weichen Dunkelheiten die manchmal über einen schattenlosen starren Himmel ziehen es war als stünde etwas um sie und sähe sie an sie fühlte die Erregung dieses Menschen wie etwas brandendes in einer sinnentleerten weite etwas finster einsam sich schlagendes und allmählich wart ihr es sei was dieser Mensch von ihr begehrte diese scheinbar stärkste Handlung etwas ganz unpersönliches es war nichts als dieses angesehen werden ganz dumpf und stumpf wie Punkte fremd dem Raum einander ansehen die irgendetwas ungreifbares zu einem zufälligen Gebilde vereint sie schrumpfte darunter ein es drückte sie zusammen als wäre sie selbst solch ein Punkt sie empfand dabei ein sonderbares Gefühl von sich es hatte nichts mehr mit der Geistigkeit und dem Selbst Gewählten ihres Wesens zu tun und war doch noch das gleiche wie sonst und mit einmal entschwand ihr das Bewusstsein dass dieser Mensch vor ihr von hässlicher Alltäglichkeit des Geistes war und ihr wurde als stünde sie weit draußen im Freien und um sie standen die Töne in der Luft und die Wolken am Himmel still und gruben sich in ihren Platz und Augenblick hinein und sie war auch nicht mehr etwas anderes als sie etwas ziehendes Hallendes sie glaubte die Liebe der Tiere verstehen zu können und der Wolken und Geräusche und fühlte die Augen des Ministerialrates die ihre suchen und erschrak und verlangte nach sich und spürte plötzlich ihre Kleider wie etwas um die letzte ihr von sich gebliebene Zärtlichkeit geschlossenes und fühlte darunter ihr Blut sie glaubte seinen scharfen zitternden Duft zu riechen und hatte nichts als diesen Körper den sie preisgeben sollte und dieses geistige wirklichkeits übersehnende Gefühl von Seele als ein Gefühl von ihm diese letzte Seligkeit und wußte nicht wurde in diesem Augenblick ihre Liebe zum äußersten Wagnis oder verblasste sie schon und es öffneten sich ihre Sinne wie neugierige Fenster sie saß dann im Speisezimmer es war Abend sie fühlte sich einsam eine Frau sprach zu ihr herüber ich habe heute Nachmittag ihr Töchterchen gesehen als es auf sie wartete es ist ein reizendes Kind sie haben gewiß viel Freude mit ihm Claudine war an diesem Tag nicht wieder im Institut gewesen aber es war ihr unmöglich zu antworten sie schien plötzlich nur mit irgendeinem empfindungslosen Teil von sich mit den Haaren oder den Nägeln oder als hätte sie einen Leib aus Horn unter diesen Menschen zu sein dann entgegnete sie doch irgendetwas und hatte dabei die Vorstellung dass alles was sie sagte sich wie in einem Sack oder in einem Netz verstrickte ihre eigenen Worte erschienen ihr fremd zwischen den Fremden wie Fische an den feuchtkalten Leibern anderer Fische zappelten sie in dem unausgesprochenen Gewirr der Meinungen Es faßte sie ein Ekel sie fühlte wieder dass es nicht auf das ankam was sie von sich sagen mit Worten erklären konnte sondern dass alle Rechtfertigungen in etwas ganz anderem lag einem Lächeln einem Verstummern einem inneren sich hören und sie empfand plötzlich eine unsagbare Sehnsucht nach jenem einzigen Menschen der auch so einsam war den auch niemand hier verstehen würde und der nichts hatte als jene weiche Zärtlichkeit volkleitender Bilder die wie ein nebliges Fieber den harten Stoß der Dinge auffängt das alles äußere geschehen groß gedämpft und flächenhaft zurücklässt während innen alles in den ewigen geheimnisvollen in allen Lagen ruhenden Gleichgewicht des bei sich seins schwebt während aber sonst in ähnlicher Stimmung ein solches Zimmer mit Menschen sich wie eine einzige heiße schwere kreisende Masse um sie schloß war hiermit unter ein heimliches Stillstehen und Auslassen und auf seine Plätze Springen und mürrisch sie abwehren ein Schrank ein Tisch es geriet zwischen ihr und diesen gewohnten Dingen etwas in Unordnung sie offenbarten etwas Ungewisses und Wankendes es sah plötzlich wieder jene Hässlichkeit wie auf der Reise keine einfache Hässlichkeit sondern es griff ihr Gefühl gleich einer Hand durch die Dinge hindurch wenn es sie anfassen wollte es taten sich Löcher auf vor ihrem Gefühl als ob seit jene letzte Sicherheit in ihr verträumt sich anzustarren begonnen hatte in einer sonst nicht wahrnehmbaren Einbettung der Dinge in ihr Empfinden sich etwas gelockert hätte und statt eines verketteten Klingens von Eindrücken wurde durch diese Unterbrechungen die Welt um sie wie ein unendliches Geräusch sie fühlte wie dadurch etwas in ihr entstand wie wenn man am Meer geht ein sich uneindrückbar fühlen in dieses Tosen das jedes Tun und jeden Gedanken bis auf den Augenblick wegreißt und allmählich ein unsicher werden und ein langsames sich nicht mehr begrenzen können und spüren und ein selbst verfließen in einen Wunsch zu schreien eine Lust nach unglaublich maßlosen Bewegungen in irgendeinen Wurzellos aus ihr emporwachsenen Willen etwas zu tun ohne Ende nur um sich daran zu empfinden es lag eine saugende schmatzend verwüstete Kraft in diesem verloren gehen wo jede Sekunde wie eine wilde abgeschnittene verantwortungslose Einsamkeit ohne Gedächtnis blöd in die Welt starrte und es riß Gebärden und Worte aus ihr heraus die irgendwoher neben ihr vorbeikamen und doch noch sie waren und der Ministerialrat saß davor und mußte gewahren wie es etwas das in sich verborgen das Geliebte ihres Leibes trug ihm näherte und 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 sah sie nichts mehr als diese unaufhörliche Bewegung mit der sein Bart auf und nieder ging während er sprach gleichmäßig einschläfernd wie der Bart einer schauerlichen halblaute Worte kauenden Ziege Sie tat sich so leid zugleich war es ein wiegend summender Schmerz daß dies alles möglich sein konnte der Ministerialrat sagte ich sehe es ihnen an daß sie eine von jenen Frauen sind deren Schicksal es ist von einem Sturm hinweg gerissen zu werden sie sind stolz und möchten es verbergen aber glauben sie mir einen Kenner der Frauenseele täuscht das nicht es war als senke sie ohne aufhören in ihre Vergangenheit hinein aber wenn sie um sich sah fühlte sie bei diesem sinken durch Seelenzeiten die wie tiefes Wasser übereinander geschichtet waren die Zufälligkeit nicht daß diese Dinge um sie jetzt so aussahen sondern daß dieses Aussehen sich auf ihnen hielt als ob es fest zu ihnen gehörte wieder natürlich eingekrallt wie ein Gefühl das über seine Zeit hinaus nicht von einem Gesicht will und es war sonderbar wie wenn in dem leise rinnenden Faden des Geschehens plötzlich ein Glied zersprungen und aus der Reihe heraus in die Breite gefahren wäre es erstarrten allmählich alle Gesichter und alle Dinge in einem zufälligen plötzlichen Ausdruck winkelrecht quer durch eine wiedergewöhnliche Ordnung untereinander verbunden und nur sie glitt mit schwankend ausgebreiteten Sinnen zwischen diesen Gesichtern und Dingen abwärts dahin der große durch die Jahre geflochtene Gefühlszusammenhang ihres Daseins wurde dahinter in der Ferne einen Augenblick lang kahl für sich bemerkbar fast wertlos sie dachte man gräbe eine Linie ein irgendeine bloß zusammenhängende Linie um sich an sich selbst zwischen dem stumm davonragend dastehender Dinge zu halten das ist unser Leben etwas wie wenn man ohne aufhören spricht und sich vortäuscht dass jedes Wort zum vorherigen gehört und das nächste fordert weil man fürchtet im Augenblick des abreißenden Schweigens irgendwie unvorstellbar zu taumeln und von der Stille aufgelöst zu werden aber es ist nur die Angst nur Schwäche vor der schrecklich auseinander klaffenden Zufälligkeit all dessen was man tut der Ministerialrat sagte noch es ist ein Schicksal es gibt Männer deren Schicksal das bringende Unruhe ist man soll sich ihr öffnen es schützt nichts davor aber sie hört es kaum ihre Gedanken gingen indessen in sonderbaren fernen Gegensätzen sie wollte mit einem Satz mit einer großen unbedachten Gebärde sich freimachen und dem Geliebten zu Füßen stürzen sie fühlte dass sie es noch gekonnt hätte aber etwas zwang sie vor dem schreienden gewaltsamen daran einzuhalten vor diesem Strom sein zu müssen um nicht zu versickern sein Leben an sich zu pressen um es nicht zu verlieren selbst nur zu singen um nicht plötzlich ratlos zu verstummen sie wollte es nicht etwas zögerndes nachdenklich gesprochenes schwebte ihr vor nicht schreien wie alle um die Stille nicht zu spüren auch nicht Gesang nur ein Flüstern ein still werden nichts leere und einmal kam ein langsames lautlose sich vorschieben über den Randbeugen der ministerialrat sagte lieben sie nicht das schauspiel ich liebe in der kunst die feinheit des guten endes die uns über das alltägliche betröstet das leben enttäuscht bringt so oft um den akt schluss aber wäre das nicht öde natürlichkeit sie hörte es plötzlich ganz dicht und deutlich noch war irgendwo eine Hand eine spärlich nachgeschobene Wärme ein Bewusstsein du aber da ließ sie sich los und irgendeine Sicherheit trug sie jetzt noch einander das letzte sein zu können wortlos ungläubig zusammengehörig wie ein Gewebe von Tod süßerer Leichtigkeit wie ein Arabeske für einen noch nicht gefundenen Geschmack jeder ein Klang der nur in der Seele des Anderen eine Figur beschreibt nirgends wenn sie nicht zuhört der Ministerialrat richtete sich auf und blickte sie an sie fühlte sich plötzlich vor ihm stehen und fern von sich jenen einen geliebten Menschen er mochte irgendetwas denken ihr fiel ein dass sie es nicht wissen konnte in ihr selbst taumelte zu gleicher Zeit ein wegloses Empfinden von der Dunkelheit ihres Leibs geschützt in diesem Augenblick entfand sie ihren Körper der alles was er fühlte wie eine Heimat umhegte als eine unklare Hemmung sie spürte sein Gefühl von sich das näher als alles andere um sie geschlossen war mit einem Mal wie eine unentrinnbare Treulosigkeit die sie von dem Geliebten trennte und in einem ohnmächtig auf sie niedersinkenden noch nie gekannten Erlebnis war ihr als verkehrte sich ihr die letzte Treue die sie mit ihrem Körper warte in einem unheimlichen innersten Grunde in ihr Widerspiel vielleicht hatte sie dann nichts als den Wunsch diesen Leib ihrem Geliebten hinzugeben aber durchzittert von der tiefen Unsicherheit der seelischen Werte fasste er sie wie das Verlangen nach jenem Fremden und während sie in die Möglichkeit starrte dass sie sich noch wenn sie ihren Körper das sie zerstörende erlitte durch ihn als sie selbst empfinden würde und vor seinem geheimnisvoll jeder seelischen Entscheidung ausweichenden Gefühl von sich wie vor etwas finster und leer sie in sich selbst einschließendem erschauderte lockte sie bitterselig ihr Leib ihn von sich zu stoßen in der Wehrlosigkeit der sinnlichen Verlorenheit von einem Fremden ihn niedergestreckt und wie mit Messern aufgebrochen zu fühlen ihn mit Grauen und Ekel und Gewalt und ungewollten Zuckungen füllen zu lassen und ihn in einer seltsam bis zur letzten Wahrhaftigkeit geöffneten Treue um dieses Nichts dieses Schwankende dieses Gestaltlose überall diese Kranken Gewissheit von Seele dennoch wie den Rand einer traumhaften Wunde zu füllen der in den Schmerzen des endlos erneuten Zusammenwachsen Wollens vergeblich den Anderen sucht wie ein Licht hinter zartem Geäder stieg zwischen ihren Gedanken aus dem wartenden Dunkel der Jahre allmählich sie einhüllend diese Sterbens Sehnsucht ihrer Liebe empor Und irgendeinmal plötzlich hörte sie sich weit weg mit strahlenden ausgespannten Antworten als hätte sie aufgenommen was der Ministerialrat sagte Ich weiß nicht ob er es ertragen könnte Zum ersten Mal sprach sie da von ihrem Mann Sie schrak auf Es schien nichts ins Wirkliche zu gehören Aber schon fühlte sie die unaufhaltsame Macht des ins Leben entlaufenden Worts Rasch zufassend sagte der Ministerialrat Ja lieben sie ihn denn Es entging ihr nicht das lächerliche der vermeintlichen Sicherheit mit der er zustieß und sie sagte Nein Nein ich liebe ihn ja gar nicht zitternd und entschlossen Als sie oben in ihrem Zimmer war verstand sie es kaum noch aber fühlte den vermummten unbegreiflichen Reiz ihrer Lüge Sie dachte an ihren Mann Zuweilen leuchtete etwas von ihm auf wie wenn man von der Straße in erhellte Zimmer blickt Daran fühlte sie erst was sie tat Er sah schön aus Sie wollte bei ihm stehen Dann strahlte dieses Licht auch in ihr Aber sie duckte sich in ihre Lüge zurück und dann stand sie wieder außen auf der Straße im Finstern Es fror sie Dass sie lebte tat ihr weh Jedes Ding das sie ansah jeder Atem zog Wie in eine warme strahlende Kugel konnte sie in jenes Gefühl zu ihrem Mann schlüpfen sie war dort geschützt Die Dinge stießen nicht wie scharfe Schiffsschnäbel durch die Nacht sie wurden weich aufgefangen gehemmt und sie wollte nicht Sie erinnerte dass sie schon einmal gelogen hatte nicht früher denn nie war es eine Lüge damals das war einfach sie aber einmal im Spätem obwohl es die Wahrheit war bloß als sie sagte dass sie spazieren gegangen sei abends zwei Stunden lang hatte sie gelogen sie begriff plötzlich dass sie damals zum ersten Mal gelogen hatte so wie sie vorhin im Zimmer unten zwischen den Menschen saß ging sie damals durch die Straßen verloren hin und her unruhig wie ein verlaufener Hund und sah in die Häuser und irgendwo öffnete irgendjemand einer Frau seine Tür mit seiner Liebenswürdigkeit seiner Gebärde mit dem Aussehen seines Empfangs zufrieden und irgendwo anders ging einer mit seiner Frau zu Besuch und war vollkommene Würde Gatte und Gleichgewicht und überall waren wie in einem breiten gleichmütig alles beherbergenden Wasser kleine wirbelnde Mittelpunkte mit einem Kreisen um sich einer nach innen sehenden Bewegung die irgendwo plötzlich blind fensterlos ans gleichgültige grenzte und überall innen war dieses gehalten werden vom eigenen Wiederhall in einem engen Raum der jedes Wort auffängt bis zum nächsten verlängert damit man nicht hört was man nicht ertragen könnte den Zwischenraum den Abgrund zwischen den Stößen zweier Handlungen in dem man von dem Gefühl von sich fortsinkt irgendwo hin in das Schweigen zwischen zwei Worten das ebenso gut das Schweigen zwischen den Worten eines ganz anderen Menschen sein könnte und da befiel es sie im Geheimen irgendwo unter diesen lebt ein Mensch ein Unpassender ein anderer aber man hätte sich ihm noch anpassen können und man würde nie etwas von dem ich wissen dass man heute ist denn Gefühle leben nur in einer langen Kette anderer einander haltend und es kommt bloß darauf an dass ein Punkt des Lebens sich ohne Lücke an den anderen reiht und es gibt hundert Weisen und dadurch fuhr sie zum ersten Mal seit ihrer Liebe der Gedanke es ist ein Zufall durch irgendeinen Zufall wurde es wirklich und dann hält man es fest und sie fühlte sich zum ersten Mal undeutlich bis auf den Grund und spürte dieses letzte die Wurzel die Unbedingtheit zerstörende antlitzlose Gefühl von sich in ihrer Liebe und dass sie auch sonst immer wieder zu ihr selbst gemacht hätte und sie von niemandem unterschied und da war ihr als müßte sie sich sinken lassen wieder ins treibende ins unverwirklichte ins nirgend zu hause und sie lief durch die Traurigkeit der leeren Straßen und sah in die Häuser und wollte keine andere Gesellschaft als den Laut ihrer Absätze auf den Steinen in dem sie sich bis auf das bloß lebendige eingeschränkt laufen hörte bald vor sich bald hinter sich und während sie damals nur das zerfallende Begriff den unaufhörlich bewegten Hintergrund unverwirklichter Gefühlsschatten vor dem jede Kraft sich aneinander zu halten abglitt die Entwertung das Unbeweisbare vom Verstand nicht zu Fassende des eigenen Lebens und fast weinte verwirrt und ermüdet von der Verschlossenheit in die sie eintrat hatte sie jetzt in dem Augenblick wo es ihr wieder einfiel was an Vereinigung darin war bis zu Ende erlitten in dieser durchscheinend schimmernd dünnen Verletzlichkeit der lebensnotwendigen Einbildungen das das dunkel enge nur durch den anderen sein das inseleinsame des nicht erwachen dürfens dieses wie zwischen zwei spiegeln gleitende der Liebe hinter denen man das nichts weiß und sie fühlte sich hier in diesem Zimmer von ihrem falschen Geständnis wie von einer Maske bedeckt auf das Abenteuer eines anderen Menschen in ihr wartend das wunderbare gefahrvolle steigernde Wesen der Lüge und des Betrugs in der Liebe heimlich aus sich heraustreten ins nicht mehr dem anderen erreichbare ins gemiedene in die Auflösung des Alleinseins um der großen Wahrhaftigkeit willen in die Leere die zuweilen einen Augenblick lang sich hinter den Idealen auftut und mit einem Mal hörte sie verheimlichte Schritte ein knarrender Treppe ein Stehen Bleiben vor ihrer Tür ein leise auf der Diele knarrendes Stehen Bleiben ihre Augen richteten sich gegen den Eingang es erschien ihr sonderbar dass hinter diesen dünnen Brettern ein Mensch stand sie fühlte nur den Einfluss des Gleichgültigen dabei des Zufälligen dieser Tür an deren beiden Seiten sich Spannungen einander unfindbar stauten sie hatte sich schon entkleidet auf dem Stuhl vor dem Bett lagen ihre Röcke noch so wie sie sie eben von sich von sich gestreift hatte die Luft dieses heute an den morgen an jenen vermieteten zimmers betastete sich mit dem Duft von ihrer Innenseite sie sah im Zimmer umher sie bemerkte ein messinges Schloss das schief an einer Kommode herabhing ihre Augen wallten auf einem kleinen zerschabten von vielen Füßen vertretenen Teppich vor ihrem Bett sie dachte plötzlich an den Geruch der von der Haut dieser Füße ausging und hineinging in Seelen fremder Menschen hineinging vertraut schützend wie der Geruch des Elternhauses es war eine eigentümlich zwiefältig flimmende Vorstellung bald fremd und ekelerregend bald als strömte die Eigenliebe alle dieser Menschen in sie herüber und ihr bliebe nichts von sich als ein zusehendes bemerken und noch immer stand jener Mensch vor ihrer Tür und regte sich nur in kleinen unwillkürlichen Lauten da packte sie eine Lust sich auf diesen Teppich zu werfen die ekligen Spuren dieser Füße zu küssen und wie eine schnuppende Hündin sich an ihnen zu erregen aber es war nicht Zinnlichkeit sondern nur mehr etwas das wie ein Wind heulte oder wie ein Kind schrie sie kniete sich plötzlich zur Erde die steifen Blumen des Teppichs rangten sich größer und verständnislos vor ihren Augen sie sah ihre schweren frauenhaften Schenkel hässlich darüber gebeugt wie etwas ganz Sinnloses und doch mit einem unverständlichen Ernst gespanntes ihre Hände starrten einander auf dem Boden wie zwei fünffach gegliederte Tiere an die Lampen draußen fiel ihr mit einem mal ein mit ihren grauenhaft stumm an der Decke wandernden Ringen die Wände die kahlen Wände die Leere und wieder der Mensch der dort stand manchmal bewegt knarrend wie ein Baum in der Rinde sein drängendes Blut wie buschiges Laubwerk im Kopf während sie hier auf den Gliedern lag bloß hinter einer Tür und irgendwie trotzdem die volle Süße ihres reifen Leibs empfand mit jenem unverlorenen Rest von Seele der noch bei zerstörenden Verletzungen reglos neben der auseinanderbrechenden Entstelltheit steht in ein schweres ununterbrochenes Wahrnehmen davon weggerichtet wie neben einem gefallenen Tier Dann hörte sie vorsichtig den Menschen fortgehen und begriff plötzlich noch herausgerissen aus sich dass das die Untreue war stärker bloß als die Lüge sie richtete sich langsam auf den Knien empor sie starrte in das unbegreifliche dass es jetzt schon wirklich gewesen sein könnte und zitterte wie wenn man bloß vom Zufall ohne eigene Kraft aus seiner Gefahr befreit wurde und versuchte es auszudenken sie sah ihren Körper unter dem des Fremden liegen mit einer Deutlichkeit der Vorstellung die wie kleines Gerinnsel in alle Einzelheiten floß sie fühlte ihr blass werden und die errötenden Worte der Hingabe und die Augen des Menschen niederhaltend über ihr stehend gespreitet über ihr stehend gesträubte Augen wie Raubvogelflügel und dachte fortwährend das ist die Untreue und es fiel ihr ein wenn sie von dem zu ihm zurück käme müsste er sagen ich kann dich nicht von innen fühlen und sie hatte als Antwort nur ein wehrloses lächeln ein lächeln glaub mir es war nichts gegen uns und empfand trotzdem in diesem Augenblick ihr Knie sinnlos gegen den Boden gepresst wie ein Ding und fühlte sich darin unzugänglich mit dieser wehen ungeschützten Gebrechlichkeit der innersten Menschenmöglichkeiten die kein Wort keine Wiederkehr festhält und in den Zusammenhang des Lebens ordnet es war kein Gedanke mehr in ihr sie wusste nicht ob sie Unrecht tat es war alles um sie wie ein seltsamer einsamer Schmerz ein Schmerz der wie ein Raum war ein aufgelöster schwebender und doch wie um ein mildes dunkel zusammenhängender leise steigender Raum Es blieb unter ihm allmählich ein starkes deutliches gleichgültiges Licht zurück in dem sie alles sah was sie tat diesen stärksten aus ihr herausgerissenen Ausdruck der Überwältigung diese größte vermeintliche Heraufgeholtheit und Hingegebenheit ihrer Seele zusammengesunken klein kalt mit verlorener Beziehung weit weit unter ihr Und nach langer Zeit war es als ob wieder ein vorsichtig tastender Finger die Klinke suchte und sie wusste den Fremden lauschend vor ihrer Tür Es schwirrte schwindelnd in ihr auf zum Eingang zu kriechen und den Riegel zu lösen Aber sie blieb in der Mitte des Zimmers auf der Erde liegen Es hielt sie noch einmal etwas auf Ein hässliches Gefühl von sich Ein Gefühl wie einst wie ein Hieb durchschnitt ihre Sehnen der Gedanke Es möchte alles nur ein Rückfall in ihre Vergangenheit sein Und plötzlich hob sie die Hände Hilf mir Du hilf mir Und fühlte es als Wahrheit und es war ja doch nur ein leist zurückstreichelnder Gedanke Wir kamen aufeinander zu Geheimnisvoll durch Raum und Jahre Nun dringe ich in dich ein auf schmerzhaften Wegen Und dann kam die Ruhe die Weite Das Hereinströmen der schmerzhaft gestauten Kräfte nach dem Durchbrechen der Wände Wie ein glänzend stiller Wasserspiegel lag ihr Leben Vergangenheit und Zukunft in der Höhe des Augenblicks Es gibt Dinge die man nie tun kann man weiß nicht warum Es sind vielleicht die wichtigsten Man weiß es sind die wichtigsten Man weiß dass eine fürchterliche Beklemmung auf dem Leben liegt eine steife Enge wie auf Fingern im Frost Und manchmal löst sich das Manchmal wie Eis von Wiesen Man ist nachdenklich Eine dunkle Helligkeit ist man die sich in die Weite dehnt Aber das Leben das knöcherne Leben das entscheidende Leben hakt sich achtlos anderswo Glied in Glied Man handelt nicht Sie erhob sich plötzlich vollends und der Gedanke es tun zu müssen trieb sie lautlos vorwärts ihre Hände lösten den Riegel aber es blieb still niemand pochte sie öffnete die Tür und sah hinaus niemand die leeren Wände starrten in dem trüben Licht der Lampe um einen leeren Raum sie musste es nicht gehört haben als er wegging sie legte sich nieder Vorwürfe gingen ihr durch den Kopf schon vom Schlaf umrändert empfand sie ich tue dir weh aber sie hatte das seltsame Gefühl alles was ich tue tust du schon im Schlaf vergessend war ihr wir geben alles preis was sich preis geben lässt um uns mit dem woran niemand herankann fester zu umschlingen und nur einmal für einen Augenblick ganz wach herauf geschleudert dachte sie dieser Mensch wird über uns siegen aber was bedeutet siegen und ihr denken glitt schläfernd an dieser Frage wieder hinab sie empfand ihr schlechtes Gewissen wie eine letzte sie begleitende Zärtlichkeit eine große dunkle die welt tiefende eigensucht hob sich über sie wie über einen der sterben muss sie sah hinter ihren geschlossenen Augen Büsche Wolken und Vögel und wurde so klein dazwischen und doch war alles nur wie für sie da und es kam ein Augenblick des sich schließens und alles fremde aus sich ausschließens und in einer halb schon verträumenden Vollendung eine große ganz rein sie enthaltende Liebe ein zitterndes Auflösen aller scheinbaren Gegensätze Der Ministerialrat kam nicht wieder so schlief sie ein ruhig bei offener Tür wie ein Baum auf der Wiese Am nächsten Morgen setzte ein linder geheimnisvoller Tag ein Ihr Erwachen war wie hinter hellen Gardinen die alles Wirkliche des Lichts außen zurück halten Sie ging spazieren Der Ministerialrat begleitete sie Etwas Schwankendes wie eine Trunkenheit von der blauen Luft und dem weißen Schnee war in ihr Sie kamen an den Rand des Orts Sie sahen hinaus Die weiße Fläche hatte etwas Strahlendes und Feierliches Sie standen an einem Zaun der einen kleinen Feldweg sperrte eine Bäuerin schüttelte den Hühnern das Futter ein Fleckchen gelbes Moos leuchtete ganz hell in den Himmel Glauben sie fragte Claudine und blickte durch die Gasse zurück in die lichtblaue Luft und führte den Satz nicht zu Ende und sagte nach einer Weile wie lange mag dieser Kranz dort hängen ob die Luft es spürt wie lebt er sonst sagte sie nichts und wußte auch nicht warum sie dies sagte der Ministerialrat lächelte ihr war als stünde alles in Metall gegraben und noch zitternd von dem Druck der Stichel sie stand neben diesem Menschen und während sie fühlte dass er sie ansah und was immer an ihr bemerken mochte ordnete sich in ihrem Inneren etwas und lag hell und weit wie Feld neben Feld unter den Augen eines kreisenden Vogels dieses Leben blau und dunkel und mit einem kleinen gelben Fleck was will es dieses locken der Hühner und leise aufschlagen der Körner durch das es plötzlich wie der Schlag einer Stunde geht zu wem spricht es dieses Wortlose das sich in die Tiefe hineinfrisst und nur manchmal durch den engen Spalt weniger Sekunden in einem vorübergehenden heraufschießt und und sonst tot bleibt was soll es sie blickte es an mit schweigenden Augen und spürte die Dinge ohne sie zu denken bloß wie Hände manchmal auf einer Stirn ruhen wenn nichts mehr sagbar ist und dann hörte sie alles nur mehr mit einem Lächeln der Ministerialrat glaubte die Maschen seines Gewebes sorgfältig enger um sie zu ziehen sie ließ ihn gewähren es war ihr nur während er redete wie wenn man zwischen Häusern geht in denen Menschen sprechen in das Gefüge ihres Nachdenkens schob sich zu Wahlen ein zweites und zog ihre Gedanken mit sich dahin dorthin sie folgte ihm freiwillig tauchte dann für eine Weile wieder in sich selbst auf halb dämmernd versank so ein leises durcheinander fließendes Gefangennehmen war es dazwischen spürte sie als ob es ihr eigenes Gefühl wäre wie dieser Mensch sich liebte die Vorstellung seiner Zärtlichkeit für sich erregte sie leise sinnlich es war ein still werden darum wie wenn man in einem Bezirk trat in dem stumme andere Entscheidungen gelten sie fühlte sich von dem Ministerialrat gedrängt und fühlte sich nachgeben aber aber es kam nicht darauf an es saß bloß etwas in ihr wie ein Vogel auf einem Ast und sank sie aß leicht zur Nacht und ging früh schlafen es war alles schon ein wenig tot für sie keine Sinnlichkeit mehr trotzdem wachte sie nach kurzem schlummer auf und wußte er sitzt unten und wartet sie nahm ihre Kleider und zog sich an stand auf und kleidete sich an nichts sonst kein Gefühl kein Gedanke nur ein fernes Bewusstsein von Unrechtem vielleicht auch als sie fertig war ein nacktes nicht genügend geschütztes Gefühl sie kam hinunter das Zimmer war leer Tische und Stühle hatten etwas nachtwach ungefähr ragendes in einer Ecke saß der Ministerialrat sie hatten irgendetwas im Gespräch gesagt vielleicht ich fühle mich oben allein sie wusste in welcher Weise er es missverstehen musste nach einer Weile fasste er ihre Hand sie stand auf zögerte dann lief sie hinaus sie fühlte dass sie es wie eine dumme kleine Frau tat und es war ihr ein Reiz auf der Treppe hörte sie Schritte erfolgen die stufen ächzten sie dachte plötzlich irgendetwas sehr Fernes sehr abstraktes und ihr Körper zitterte dabei um sie wie ein Tier das in einem Wald verfolgt wird der her ministerialrat sagte dann als er bei ihr im Zimmer saß beiläufig dies nicht wahr du liebst mich ich bin zwar kein Künstler oder Philosoph aber ein ganzer Mensch ich glaube ein ganzer Mensch und sie antwortete Was ist das, ein ganzer Mensch? Sonderbar, fragst du, ereiferte sich der Ministerialrat, aber sie sagte Nicht so, ich meine, wie sonderbar, dass man einen gern hat, eben weil man ihn gern hat Seine Augen, seine Zunge, nicht die Worte, sondern den Klang Da küßte sie der Ministerialrat, so also liebst du mich? Und Claudine fand noch die Kraft zu entgegnen, nein, ich liebe, dass ich bei ihnen bin Die Tatsache, den Zufall, dass ich bei ihnen bin Man könnte bei den Eskimos sitzen, in Hosen aus Fell und hängende Brüste haben Und das schön finden Gäbe es denn nicht auch andere ganze Menschen? Aber der Ministerialrat sagte Du irrst dich, du liebst mich Du kannst dir bloß noch nicht Rechenschaft darüber geben Und gerade das ist das Zeichen der wahren Leidenschaft Unwillkürlich, wie sie ihn so sich über sich breiten fühlte Zögerte etwas in ihr Aber er bat sie O schweig Und Claudine schwieg Nur noch einmal sprach sie Während sie sich entkleideten Sie begann zwecklos zu reden Unpassend, vielleicht wertlos Bloß wie ein schmerzliches über etwas Hinstreicheln war es Es ist wie wenn man durch einen schmalen Pass tritt Tiere, Menschen, Blumen, alles verändert Man selbst ganz anders Man fragt, wenn ich hier von Anbeginn gelebt hätte Wie würde ich über dies denken, wie jenes fühlen? Es ist sonderbar, dass es nur eine Linie ist, die man zu überschreiten braucht Ich möchte sie küssen und dann rasch wieder zurückspringen und sehen Und dann wieder zu ihnen Und jedes Mal beim Überschreiten dieser Grenze müsste ich es genauer fühlen Ich würde immer bleicher werden Die Menschen würden sterben Nein, einschrumpfen Und die Bäume und die Tiere Und endlich wäre alles nur ein ganz dünner Rauch Und dann nur eine Melodie Durch die Luft ziehend Über eine Leere Und noch einmal sprach sie Bitte Gehen Sie weg Sprach sie Mir ekelt Aber er lächelte nur Da sagte sie Bitte Geh weg Und er seufzte befriedigt Endlich 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 Du liebe Kleine Träumerin Sagst du Du Und dann fühlte sie mit Schaudern Wie ihr Körper trotz allem sich mit Wolllust füllte Aber er war dabei Als ob sie an etwas dächte Das sie einmal im Frühling empfunden hatte Dieses Für alle da sein können Und doch nur wie für einen Und ganz fern Wie Kinder von Gott sagen Er ist groß Hatte sie eine Vorstellung von ihrer Liebe Die Versuchung der stillen Veronika Irgendwo muss man zwei Stimmen hören Vielleicht liegen sie bloß wie stumm auf den Blättern eines Tagebuchs nebeneinander und ineinander Die dunkle Tiefe Plötzlich mit einem Sprung um sich selbst gestellte Stimme der Frau Wie die Seiten es fügen Von der weichen Weiten gedehnten Stimme des Mannes umschlossen Von dieser verästelt Unfertig liegen gebliebenen Stimme zwischen der das Was sie noch nicht zu bedecken Zeit fand Hervorschaut Vielleicht auch dies nicht Vielleicht aber gibt es irgendwo in der Welt einen Punkt Wohin diese zwei Überall sonst aus der matten Verwirrung der alltäglichen Geräusche sich kaum heraushebenden Stimmen Wie zwei Strahlen schießen Und sich ineinander schlingen Irgendwo Vielleicht sollte man diesen Punkt suchen wollen Dessen nähe man hier nur An eine Unruhe gewahrt Wie die Bewegung einer Musik Die noch nicht hörbar Sich schon mit schweren, unklaren Falten In dem undurchrissenen Vorhang der Ferne abdrückt Vielleicht, dass diese Stücke hier dann aneinander sprengen Aus ihrer Krankheit und Schwäche hinweg ins klare, tagfeste, aufgerichtete Kreisendes Nachträglich In den Tagen einer fürchterlichen Entscheidung Zwischen einer mit unsichtbarer Bestimmtheit Wie ein dünner Faden gespannten Fantasie Und der gewohnten Wirklichkeit In diesen Tagen einer verzweifelten, letzten Anstrengung jenes Unfassbare in diese Wirklichkeit zu ziehen Und dann des Fallenlassens Und sich in das einfach lebendige Wie in einen wirren Haufen Warmer Federn werfens Sprach er es an Wie einen Menschen Er sprach in diesen Tagen stündlich mit sich selbst Und sprach laut Weil er sich fürchtete Es hatte sich etwas in ihm gesenkt Mit jeder unverständlichen Unaufhaltsamkeit Mit der sich plötzlich irgendwo im Körper ein Schmerz verdichtet Und zu einem entzündeten Gewebe wird Und als Wirklichkeit weiter wächst Und zu einer Krankheit wird Die mit dem milden, zweideutigen Lächeln der Peinigungen den Körper zu beherrschen anfängt Kreisendes Flehte Johannes Dass du doch auch außerhalb meiner wärst Und Dass du ein Kleid hättest An dessen Falten ich dich halten könnte Dass ich mit dir sprechen könnte Dass ich dir sagen könnte Du bist Gott Und ein kleines Steinchen unter der Zunge trüge Wenn ich von dir rede Um der größten Wirklichkeit willen Dass ich sagen könnte Dir befehle ich mich Du wirst mir helfen Du siehst mir zu Mag ich tun, was ich will Etwas von mir liegt reglos und Mittelpunkt still Und das bist du Aber so lag er bloß mit dem Mund im Staub Und einem wie ein Kind danach tastenden Herzens Und wußte bloß, dass er es brauchte Weil er feig war Wußte es Aber es geschah dennoch Wie um aus seiner Schwäche eine Kraft zu holen Die er ahnte und die ihn lockte Wie sonst nur in der Jugend manchmal etwas gelockt hatte Der mächtige Noch gänzlich antlitzlose Kopf einer unklaren Gewalt Und man fühlt, dass man mit den Schultern unter ihn hineinwachsen Und ihn sich aufsetzen könnte und mit dem eigenen Gesicht ihn durchdringen Und einmal hatte er zu Veronika gesagt Es ist Gott Er war furchtsam und fromm Es war lange her und war sein erster Versuch Das Unbestimmbare Das sie beide fühlten Fest zu machen Sie glitten in dem dunklen Haus Aneinander vorbei Aufwärts, abwärts Aneinander vorbei Aber wie er es aussprach War es ein entwertender Begriff Und sagte nichts von dem, was er meinte Was er meinte aber War damals vielleicht nur etwas Wie jene Zeichnungen, die sich manchmal in Stein bilden Niemand weiß, wo das lebt, worauf sie deuten Und wie es in seiner vollen Wirklichkeit sein mag An Mauern, in Wolken In wirbelndem Wasser Was er meinte war vielleicht nur das unbegreiflich hergekommene Von etwas noch Abwesendem Wie jene seltenen Minen in Gesichtern Die gar nicht mit diesen Sondern mit irgendwelchen anderen Plötzlich jenseits Seine Schweigs Seine Schweigsamkeit Wie die Dinge manchmal sich verlängern An fieberhellen Frühlingstagen Wenn ihre Schatten über sie hinauskriechen Und so still und nach einer Richtung bewegt stehen Wie Spiegelbilder im Bach Und er sagte oft zu Veronika Dass es wirklich nicht Furcht sei oder Schwäche, was in ihm war Sondern nur so, wie Angst manchmal bloß das Rauschen Um ein noch nie gesehenes und noch nicht gesichtetes Erlebnis ist Oder wie man manchmal ganz bestimmt und ganz unverständlich weiß Dass Angst etwas von einer Frau an sich haben Oder Schwäche einmal ein Morgen in einem Landhaus sein würde Und dass die Vögel schrillen Er war in dieser seltsamen Verfassung Dass solche halbe, unausdrückbare Bildungen in ihm entstanden Einmal aber sah Veronika ihn an Mit ihren großen, still gesträubten Augen Sie saßen ganz allein in einem der halbdunklen Säle Und fragte Also ist auch etwas in dir Das du nicht klar fühlen und verstehen kannst Und du nennst es bloß Gott Außer dir und als Wirklichkeit gedacht Von dir Als ob es dich dann bei der Hand nehme Und es ist vielleicht das Was du nie Feigheit oder Weichheit nennen willst Als eine Gestalt gedacht Die dich unter die Falten ihres Kleides nehmen könnte Und du bedienst dich bloß für irgendwelche Richtungen Gleichsam ohne Gerichtetes Für irgendwelche Bewegungen gleichsam ohne Bewegtes Für Gesichte Die in dir nie bis zu wirklichem Leben emporsteigen Solcher Worte wie Gott Weil sie in ihren dunklen Kleidern aus einer anderen Welt dahingehen Mit der Sicherheit von Fremden aus einem großen, wohlgeordneten Staate Wie lebendige? Sag Weil wie lebendige und weil du es um jeden Preis Dass du es wirklich fühlen möchtest? Dinge 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 sind es Meinte er Hinter dem Horizont des Bewusstseins Dinge, die sichtbar hinter dem Horizont Unseres Bewusstseins Vorbeigleiten Oder eigentlich nur ein fremdgespannter Unerforschlicher Vielleicht Möglicher neuer Horizont des Bewusstseins Plötzlich angedeutet In dem noch keine Dinge stehen Ideale seines Meinte er schon damals Nicht Trübungen oder Zeichen irgendeiner seelischen Ungesundheit Sondern Ahnungen eines Ganzen Irgendwoher verfrüht Und gelänge es hier richtig zusammenzufügen Stünde splitternd wie von einem Schlage etwas da Von den feinsten Verästelungen der Gedanken Bis außen in die Wipfel der Bäume empor Und wäre in der kleinsten der Gebärden Wie der Wind in den Segeln Und er sprang auf und machte eine große Bewegung Fast körperlichen Verlangens Und sie sagte damals darauf eine Langeweile nichts Und dann antwortete sie Auch in mir ist etwas Siehst du Demeter Und stockte Und es geschah danach zum ersten Mal Dass sie von Demeter sprachen Johannes begriff anfangs nicht Wozu es überhaupt geschah Sie sagte Dass sie irgendeinmal An einem Fenster über einem Hühnerhof stand Und dem Hahn zusah Sah zu und dachte an nichts Und erst allmählich verstand Johannes Dass sie den Hühnerhof in ihrem Haus meinte Dann kam Demeter Und stellte sich neben sie Und sie begann zu merken Dass sie doch die ganze Zeit Über an etwas gedacht hatte Bloß ganz im Dunkeln Und jetzt fing sie an Es zu erkennen Und Demeters Nähe Erzählte sie Er verstünde wohl Ganz im Dunkeln Begann sie all das zu erkennen Demeters Nähe Er half ihr dabei Und beengte sie zugleich Und nach einer Weile Wusste sie Dass es der Hahn gewesen war Woran sie gedacht hatte Aber vielleicht hatte sie Gar nichts gedacht Sondern immerzu nur gesehen Und was sie anblickte War wie ein fremder Harter Körper In ihr liegen geblieben Weil kein Gedanke es auflöste Und es schien sie Unbestimmbar An etwas anderes zu erinnern Das sie auch nicht finden konnte Und je länger Demeter Neben ihr stand Desto deutlicher Und eigentümlich ängstlich Begann sie den leeren Gegenwärtigen Umriss Dieses Bildes In sich zu fühlen Und Veronika sah Johannes Fragend an Ob er es verstünde Es war immer wieder Dieses unsagbar Gleichgültige Herabgleiten Des Tieres Sagte sie Was sie vor sich sah Heute noch sehe ich es so Wie etwas ganz einfach Vor sich ginge Und doch gar nicht Zu begreifen sei Dieses unsagbar Gleichgültige Herabgleiten Und plötzlich von aller Erregung Ganz befreit sein Und eine Weile Wie blöd Und empfindungslos Dastehen Und wie mit den Gedanken Irgendwo fern In einem schalen Verwesten Licht Dann meinte sie Manchmal an toten Nachmittagen Wenn ich mit der Tante Spazieren ging Lag es so über dem Leben Ich glaubte es Empfinden zu können Und mir war Als strahlte die Vorstellung Dieses üblen Lichts Von meinem Magen aus Es trat eine Pause ein Veronika schluckte nach Worten Aber sie kam wieder Auf das gleiche zurück Ich sah danach schon Von weitem immer wieder Eine solche Welle daherkommen Ergänzte sie Und über ihn Und ihn hinaufwerfen Und wieder loslassen Und wieder entstand Ein Schweigen Aber plötzlich schlichen Ihre Worte hindurch Als müssten sie sich In dem großen Finstern Raum Geheimnisvoll verbergen Ganz nahe niederkauend Bei Johannes Gesicht In solch einem Augenblick Packte Demeter Meinen Kopf Und drückte ihn Gegen die Brust hinab Sagte nichts Und drückte ihn fest Nach abwärts Flüsterte Veronika Und wieder war Und wieder war danach Aus der er plötzlich Aus der er plötzlich hervorschoss Johannes fühlte Dass sie ihn ansah Es peinigte ihn Dass sie von Demeter Sprach Und dabei Dinge Sagte Von denen er Unklar fühlte Dass sie ihn Angingen Ein unbegreiflich Ängstlicher Verdacht Stieg in ihm auf Dass Veronika Das Was bei ihm Abstrakt Und an Gott Bloß vorbei Wie die gleichleeren Gefühlsrahmen In der Willensunbestimmtheit Schlafloser Nächte Gespannten Ich-Geschichte war In etwas wollen könnte Das er tun sollte Und es schien ihm Dass er sich wehren konnte Dass ihre Stimme Etwas Grausames Und Mitleidiges Und Lüsternes annahm Als sie fortfuhr Ich rief damals Johannes würde So etwas nie tun Aber Demeter Sagte bloß Johannes Ich stecke Die Hände In die Tasche Und nun Erinnerst du dich Als du danach Zum ersten Mal Wieder zu uns kamst Wie dich Demeter Zur Rede stellte Die Veronika sagt Dass du mehr bist Als ich Höhnte er dich an Aber du bist Ein Feigling Dass du dir das Nicht sagen lassen Konntest Und gabst ihm zurück Nun Das möchte ich sehen Und darauf Schlug er dich Mit der Faust Ins Gesicht Und nun Nicht wahr Da wolltest du Zurückschlagen Aber wie du Sein drohendes Antlitz saßt Und auch den Schmerz Stärker zu fühlen Begannst Empfandest du Plötzlich Eine fürchterliche Angst vor ihm Oh ich weiß Fast eine ergebene Freundliche Angst Und mit einem Mal Lächeltest du Nicht wahr Du wusstest Nicht warum Aber du lächeltest Und lächeltest Mit einem etwas Verzogenen Gesicht Das ich spürte Etwas Schüchtern Unter seinen Zornigen Augen Und mit einem Mal Lächeltest du Nicht wahr Und du wusstest Nicht warum Aber du lächeltest Und lächeltest Mit einem etwas Verzogenen Gesicht Das ich spürte Etwas Schüchtern Unter seinen Zornigen Augen Und doch mit einem So warmen Wie kannst du Nicht Priester Da fielte Da fielte er Veronika Aber Johannes Zögerte Sie hatte nie Und sie sind Doch Johannes Doch Johannes Und sie ist es Und sie ist dir Und ich wusste Und ich wusste Ich meine Ich meine Was ich damals Von vier Von vier Fenster Von vier fensterlosen Gewiss Und Johannes Und Johannes Und er dachte gar nicht, dass er von ihr etwas begehren wollte, aber wie wenn sie beide, die sie dastanden, eine Fantasie in einer Krankheit wären, so anders notwendig erschien ihm, dass er da sagte, komm, gehen wir zusammen fort. Doch sie antwortete etwas, wovon er nur verstand, nicht lieben, nicht heiraten, ich kann die Tante nicht verlassen. Und noch einmal wiederholte er seinen Versuch, er sagte, Veronika, ein Mensch, aber manchmal schon ein Wort, eine Wärme, ein Hauch ist wie ein Steinchen in einem Wirbel, das dir plötzlich den Mittelpunkt anzeigt, um den du dich drehst, wir müssten gemeinsam etwas tun, dann fänden wir es vielleicht. Doch ihre Stimme hatte noch mehr etwas Lüsternes als jenes Mal, da sie ihm das Gleiche geantwortet hatte wie jetzt. So unpersönlich kann wohl gar kein Mensch sein, könnte nur ein Tier, ja, vielleicht wenn du sterben müsstest. Und dann sagte sie, nein, und da fasste ihn wieder dies, was eigentlich kein Entschluss war, sondern eine Vision, nichts, was sich auf die Wirklichkeit bezog, sondern nur auf sich selbst wie eine Musik. Er sagte, ich gehe fort, gewiss, vielleicht werde ich sterben. Aber auch da wusste er, dass es nicht das war, was er meinte. Und stündlich in dieser Zeit suchte er sich Rechenschaft zu geben und fragte sich, wie sie in Wahrheit sein musste, dass sie so viel vermochte. Er sagte manchmal Veronika und fühlte an ihrem Namen den Schweiß, der daran haftete, dass demütige Rettungslose hinterhergehen und das feuchtkalte sich mit einer Absonderung begnügen. Und er musste an ihren Namen denken, so oft er die kleinen zwei Löckchen über ihrer Stirn vor sich sah, diese kleinen, sorgfältig wie etwas Fremdes an die Stirn geklebten Löckchen oder ihr Lächeln. Manchmal, wenn sie bei Tisch saßen und sie die Tante bediente, und er musste sie ansehen, so oft Demeter sprach. Aber er stieß immer wieder auf etwas, das ihn nicht verstehen ließ, wie ein Mensch gleich ihr zum Mittelpunkt seines leidenschaftlichen Entschlusses geworden sein konnte. Und wenn er nachdachte, war schon in seiner frühesten Erinnerung etwas längst Verflackertes wie der Duft verlöschter Kerzen um sie. Etwas Umgangenes, wie die Besuchszimmer im Haus, die reglos unter Leinenbezügen und hinter geschlossenen Vorhängen schliefen. Und nur wenn er Demeter sprechen hörte, Dinge so grauenhaft gewohnt und farblos wie diese von niemandem genützten Möbel, erschien ihm das alles wie ein Laster zu dritt. Und trotz allem musste er später, wenn er an sie dachte, immer nur hören, wie sie Nein sagte. Dreimal sagte sie plötzlich Nein, und er hörte sie ganz unbekannt darin. Einmal war es nur leise und dennoch sich merkwürdig schon aus dem vorherigen herauslösend und durch das Haus gehoben. Und dann, dann war es wie ein Schlag mit der Peitsche oder wie ein besinnungsloses sich festklammern. Aber dann war es nur noch einmal leise zusammengesunken und fast wie ein Schmerz über Wehtun. Und zuweilen, jetzt schon, wenn er an sie dachte, war ihm, als ob sie schön wäre. Von einer höchst zusammengesetzten Schönheit, die man so leicht zu bewundern vergessen und wieder hässlich finden kann. Und er musste denken, wenn sie vor ihm aus dem Dunkel des Hauses auftauchte, das sich hinter ihr ganz sonderbar ohne Bewegung wieder zusammenschloss und mit ihrer machtvollen, ungewöhnlichen Sinnlichkeit, wie mit einer fremden Krankheit behaftet, an ihm vorüberglitt. Er musste dann jedes Mal denken, dass sie ihn wie ein Tier empfand. Er fühlte es unbegreiflich und furchtbar in seiner größeren Wirklichkeit, als an die er zu Anfang geglaubt hatte. Und auch wenn er sie nicht sah, sah er alles mit übermäßiger Deutlichkeit vor sich, ihren hohen Wuchs und ihre breite, ein wenig flache Brust, ihre niedrige, wölbungslose Stirn mit der dicht und finstergleich über diesen fremden, sanften Löckchen zusammengeschlossenen Haaren, ihren großen, wollüstigen Mund und den leichten Pflaum schwarzer Haare, der ihre Arme bedeckte. Und wie sie den Kopf gesenkt trug, als ob ihn der feine Hals nicht tragen könnte, ohne sich zu biegen, und die eigentümliche, fast schamlos gleichgültige Sanftmut, mit der sie den Leib ein wenig hervordrückte, wenn sie ging. Aber sie sprachen kaum mehr miteinander. Veronika hatte plötzlich einen Vogel rufen gehört und einen anderen ihm antworten. Und damit endete es. Mit diesem kleinen, zufälligen Ereignis, wie das so manchmal geht, endete es und es begann das, was nunmehr für sie war. Denn dann huschte vorsichtig, hastig, wie die Berührung einer spitzen, schnellen, weichhaarigen Zunge der Geruch des hohen Grases und der Wiesenblumen an den Gesichtern entlang. Und das letzte Gespräch, das sich träg hingezogen hatte, wie man etwas zwischen den Fingern bewegt, an das man längst nicht mehr denkt, brach ab. Veronika war erschrocken. Sie merkte erst nachträglich, wie eigentümlich sie erschrocken war, an der Röte, die ihr jetzt ins Gesicht stieg, und an einer Erinnerung, die mit einem Mal über viele Jahre hinweg wieder da war, unvorbereitet, heiß und lebendig. Es waren in der letzten Zeit allerdings so viele Erinnerungen gekommen und es war ihr, als ob sie diesen Pfiff schon in der Nacht vorher gehört hätte und in der Nacht vor vorher und in einer Nacht vor 14 Tagen. Und ihr war auch, als ob sie sich irgendwann früher schon mit dieser Berührung gequält hätte, vielleicht im Schlafe. Sie fiel ihr ein, in der letzten Zeit diese sonderbaren Erinnerungen, immer wieder. Sie fielen links und rechts von etwas in ihr ein, davor und dahinter, wie nach einem zielziehende Schwärme ihre ganze Kindheit. Diesmal aber wusste sie mit einer fast unnatürlichen Gewissheit, dass es das Richtige selbst war. Es war eine Erinnerung, die sie mit einem Mal erkannte, über viele Jahre hindurch, endlich unzusammenhängend, heiß und noch lebendig. Sie liebte damals die Haare eines großen Bernhardinerhundes, besonders die dort vorne, wo die breiten Brustmuskeln bei jedem Schritt über den gewölbten Knochen wie zwei Hügel hervortraten. Es waren ihre dort so übermächtig viele und so goldig braune und das war so sehr wie unabsehbarer Reichtum und ruhig Grenzenloses, dass sich die Augen verwirrten, wenn man sie auch ganz ruhig nur auf einen Fleck gerichtet ließ. Und während sie sonst nichts empfand als ein einziges, ungegliedertes, starkes Gefühl des Gernehabens, jene zärtliche Kameradschaft eines vierzehnjährigen Mädchens und wie für eine Sache war es hier manchmal fast wie in einer Landschaft. Wenn man geht und da ist der Wald und die Wiese und da der Berg und das Feld und in dieser großen Ordnung jedes nur wie ein Steinchen, so einfach und fügsam, aber furchtbar zusammengesetzt an jedes, wenn man es für sich anschaut und verhalten lebendig, so daß man plötzlich in der Bewunderung Angst bekommt, wie vor einem Tier, das die Beine anzieht und reglos liegt und lauert. Aber einmal, als sie so neben ihrem Hunde lag, war ihr eingefallen, denn so müssten die Riesen sein, mit Berg und Tal und Wäldern von Haaren auf der Brust und Singvögeln, die in den Haaren schaukelten und kleinen Läusen, die auf den Singvögeln saßen. Und weiter wußte sie es nicht. Aber es brauchte noch kein Ende zu haben und wieder war alles so hintereinander gefügt und eins in das andere gepresst, daß es nur wie eingeschüchtert von so viel Gewalt und Ordnung stillzuhalten schien. Und sie dachte heimlich, wenn sie zornig würden, müßte das plötzlich in sein tausendfältiges Leben schreiend auseinanderfahren und einen mit furchtbarer Fille überschütten. Und wenn sie dann in Liebe über einen herfielen, müßte es wie von Bergen stampfen und mit Bäumen rauschen und kleine wehende Haare müßten einem am Leibe gewachsen sein und kribbelndes Ungeziefer und eine in Seligkeit über etwas ganz Unsagbares kreischende Stimme. Und ihr Atem müßte das alles in einen Schwarm von Tieren einhüllen und an sich reißen. Und als sie da bemerkte, daß es ihre kleine spitzen Brüste gerade so hob und senkte, wie dieser zottige Atem neben ihr auf und niederging, wollte sie es plötzlich nicht haben und hielt an sich, wie wenn sie sonst etwas heraufbeschwören könnte. Aber als sie sich nicht mehr dagegen zu stemmen vermochte und ihr Atem doch wieder so zu gehen begann, wie wenn ihnen jedes andere Leben langsam an sich zöge, schloss sie die Augen und begann wieder an die Riesen zu denken in einem unruhigen Ziehen von Bildern und viel näher jetzt und warm wie vor niedrig dahin streichenden Wolken. Als sie dann lange danach die Augen wieder öffnete, war alles wie früher. Nur der Hund stand jetzt neben ihr und sah sie an. Und da bemerkte sie mit einem Mal, dass sich lautlos etwas Spitzes, Rotes, Lustweggekrümmtes aus seinem meerschaumgelben Vlies hervorgeschoben hatte. Und in dem Augenblick, wo sie sich jetzt aufrichten wollte, spürte sie die lauwarme, zuckernde Berührung seiner Zunge in ihrem Gesicht. Und da war sie so eigentümlich gelähmt gewesen, wie wenn sie selbst auch ein Tier wäre. Und trotz der abscheulichen Angst, die sie empfand, duckte sich etwas ganz heiß in ihr zusammen, als ob jetzt und jetzt. Die Vögel schreien und Flügel flattern in einer Hecke, bis es still wird und weich im Laut wie von Federn, die übereinander gleiten. Und das war dies von damals. Gerade dieses sonderbar heiße Erschrecken war es, an dem sie jetzt plötzlich alles wiedererkannte. Denn man weiß nicht, woran man es fühlt. Aber sie spürte es, dass sie jetzt nach Jahren in genau der gleichen Weise erschrocken war wie damals. Und dort stand, der heute noch abreisen sollte, Johannes, und da stand sie. Das waren bis hierher an 13 oder 14 Jahre und ihre Brüste waren längst nicht mehr so spitz und neugierig rot und neugierig rot geschnäbelt wie damals. Sie hatten sich ein ganz klein wenig gesenkt und waren ein bisschen so traurig wie zwei liegen gelassene Papiermützchen auf einer weiten Fläche. Denn der Brustkorb hatte sich flach in die Breite gestreckt. Und das sah aus, wie wenn der Raum um sie davon gewachsen wäre. Aber sie wusste das kaum, weil sie es im Spiegel sah. Wenn sie nackt war, im Bade oder beim Umkleiden, denn sie tat schon längst dabei nur mehr das, was eben zur Sache gehörte. Sondern sie spürte es bloß am Gefühl, weil ihr manchmal vorkam, als hätte sie sich früher in ihre Kleider einschließen gekonnt, ganz fest und nach allen Seiten, während es jetzt nur war, wie wenn man sich mit ihnen bedeckte. Und wenn sie sich erinnerte, wie sie sich selbst so von innen heraus spürte, war das früher wie ein runder, gespannter Wassertropfen und jetzt längst wie eine kleine, weich gerenderte Lache. So ganz breit und schlaff und spannungslos war dieses Empfinden, dass es wohl überhaupt nichts als Trägheit und müde Lässigkeit gewesen wäre, hätte es sich nicht manchmal angefühlt, wie wenn sich etwas unvergleichlich Weiches ganz, ganz langsam in tausend zärtlich vorsichtigen Faltern von innen her an sie schmiegte. Und es musste bloß irgendwann einmal gewesen sein, dass sie dem Leben näher stand und es deutlich spürte, wie mit den Händen oder wie am eigenen Leibe. Aber schon lange hatte sie nicht mehr gewusst, wie das war und hatte nur gewusst, dass seither etwas gekommen sein musste, was es verdeckte. und hatte nicht gewusst, was es war, ob ein Traum oder eine Angst im Wachen und ob sie vor etwas erschrocken war, das sie gesehen hatte oder vor ihren eigenen Augen. Bis heute. Denn inzwischen hatte sich ihr schwaches, alltägliches Leben über diese Eindrücke gelegt und hatte sie verwischt wie ein matter, dauernder Wind Spuren im Sand. Nur mehr seine Eintönigkeit hatte in ihrer Seele geklungen, wie ein leise auf- und abschwellendes Summen. Sie kannte keine starken Freuden mehr und kein starkes Leid, nichts, das sich merklich oder bleibend aus den Übrigen herausgehoben hätte. Und allmählich war ihr, ihr Leben immer undeutlicher geworden. Die Tage gingen einer wie der andere dahin und eines gleich dem anderen kamen die Jahre. Sie fühlte wohl noch, dass ein jedes ein wenig dahin wegnahm und etwas hinzutat, dass es sich langsam in ihnen änderte, aber nirgends setzte sich eines klar von dem anderen ab. Sie hatte ein unklares, fließendes Gefühl von sich selbst. Und wenn sie sich innerlich betastete, fand sie nur den Wechsel ungefährer und verhüllter Formen, wie wenn man unter einer Decke etwas sich bewegen fühlt, ohne den Sinn zu erraten. Es war allmählich, wie wenn sie unter einem weichen Tuche lebte, geworden oder unter einer Glocke von dünn geschliffenem Horn, die immer undurchsichtiger wurde. Die Dinge traten weiter und weiter zurück und verloren ihr Gesicht und auch ihr Gefühl von sich selbst sank immer tiefer in die Ferne. Es blieb ein leerer, ungeheurer Raum dazwischen und in diesem lebte ihr Körper. Er sah die Dinge um sich, er lächelte, er lebte, aber alles geschah so beziehungslos und häufig kroch lautlos ein zäher Ekel durch diese Welt, der alle Gefühle wie mit einer Teermaske verschmierte. Und nur als diese seltsame Bewegung in ihr entstand, die sich heute erfüllte, hatte sie daran gedacht, ob es nun nicht vielleicht wieder wie vor dem werden konnte? Und später hatte sie wohl auch daran gedacht, ob es nicht Liebe sei. Liebe? Lange schon wäre die gekommen und langsam. Langsam wäre sie gekommen und doch für das Zeitmaß ihres Lebens zu rasch. Das Zeitmaß ihres Lebens war noch langsamer, es war ganz langsam. Es war damals nur mehr wie ein langsames Öffnen und wieder schließende Augen und dazwischen wie ein Blick, der sich an den Dingen nicht halten kann, abgeleitet, langsam, unberührt vorbeigleitet. Mit diesem Blick hatte sie es kommen gesehen und konnte darum nicht glauben, dass es Liebe sei. Sie verabscheute ihn so dunkel wie alles Fremde, ohne Hass, ohne Schärfe, nur wie ein fernes Land jenseits der Grenze, wo weich und trostlos das eigene mit dem Himmel zusammenfließt. Aber sie wusste seither, dass ihr Leben freudlos geworden war, weil etwas sie zwang, alles Fremde zu verabscheuen. Und während ihr sonst nur war wie jemandem, der den Sinn seines Tuns nicht weiß, dünkte sie jetzt manchmal, dass sie ihn bloß vergessen habe und sich vielleicht erinnern könnte. Und es quälte sie etwas Wunderbares, das dann sein müsste, wie die nahe unter dem Bewusstsein treibende Erinnerung an eine wichtige vergessene Sache. Und es begann dies alles damals, als Johannes zurückkehrte und ihr gleich im ersten Augenblick einfiel, ohne dass sie wusste, wozu, wie Demite ihn einst schlug und Johannes gelächelt hatte. Es war ihr seither, als sei einer gekommen, der das besaß, was ihr fehlte und ginge damit still durch die verdämmernden Einöde ihres Lebens. Es war nur, dass er ging und die Dinge vor ihren Augen sich zögernd zu ordnen begann, wenn er darauf sah. Es kam ihr vor, manchmal, wenn er über sich erschrocken lächelte, als ob er die Welt einatmen und dem Leibe halten und von innen spüren könnte. Und wenn er sie dann wieder ganz sacht und vorsichtig vor sich hinstellte, erschien er ihr wie ein Künstler, der einsam für sich mit fliegenden Reifen arbeitet. Es war nicht mehr. Es tat ihr bloß weh. Mit einer blinden Eindringlichkeit der Vorstellung, wie schön alles in seinen Augen vielleicht war. Sie war eifersüchtig auf etwas, das er bloß vielleicht fühlte. Denn obgleich unter ihren Blicken jede Ordnung wieder zerfiel und sie zu den Dingen nur die gierige Liebe einer Mutter für ein Kind hatte, das zu leiten sie zu gering ist, begann ihre müde Lässigkeit jetzt manchmal zu schwingen wie ein Ton, wie ein Ton, der im Ohr klingt und irgendwo in der Welt einen Raum wölbt und ein Licht entzündet, ein Licht und Menschen, deren Gebärden aus verlängerter Sehnsucht bestehen, wie aus Linien, die über sich hinaus verlängert, sich erst weit, weit, fast erst im unendlichen Treffen. Er sagte, es sind Ideale und da bekam sie Mut, dass es wirklich werden könnte. Und es war vielleicht nur, dass sie sich schon in die Höhe zu richten versuchte, aber es schmerzte sie doch, wie wenn ihr Körper krank wäre und sie nicht tragen könnte. Und damals geschah es auch, dass ihr alle anderen Erinnerungen einzufallen begannen, bis auf die eine. Sie kamen alle und sie wusste nicht warum und fühlte nur an irgendetwas, das einem noch fehlte, dass es nur dieser eine war, um deret Willen alle anderen kamen. Und es bildete sich in ihr die Vorstellung, dass Johannes ihr dazu helfen könnte und dass ihr ganzes Leben davon abhinge, dass sie diese eine gewinne. Und sie wusste auch, dass es nicht eine Kraft war, was sie so fühlte, sondern seine Stille, seine Schwäche, diese stille, unverwundbare Schwäche, die wie ein weiter Raum hinter ihm lag, indem er mit allem, was ihm geschah, allein war. Aber weiter konnte sie es nicht finden und es beunruhigte sie und sie litt, weil ihr immer, wenn sie schon nahe daran zu sein glaubte, davor wieder ein Tier einfiel. Es fielen ihr häufig Tiere ein oder Demeter, wenn sie an Johannes dachte. Oder ihr ahnte, dass sie einen gemeinsamen Feind und Versucher hatten, Demeter, dessen Vorstellung wie ein großes, wucherndes Gewächs vor ihrer Erinnerung lag und deren Kräfte an sich zog. Und sie wusste nicht, ob das alles in dieser Erinnerung seinen Grund hatte, die sie nicht mehr kannte oder in einem Sinn, der sich von ihr erst bilden sollte. War das Liebe? Es war ein Wandern in ihr, ein Ziehen. Sie wusste es selbst nicht. Es war wie Gehen auf einem Weg, scheinbar einem Ziel zu, mit einer langsam die Schritte zögern lassenden Erwartung, vorher, irgendeinmal, plötzlich einen ganz anderen zu finden und zu erkennen. Und da verstand er es nicht und wusste nicht, wie schwer es war, dieses schwankende Gefühl von einem Leben, das sich auf etwas, das sie noch gar nicht kannte für ihn und sie aufbauen sollte. Und begehrte sie mit einer ganz einfachen Wirklichkeit zur Frau oder irgendwie. Sie konnte es nicht fassen. Es erschien ihr sinnlos und im Augenblick fast gemein. Sie hatte niemals ein gerade hin zielendes Begehren gespürt. Aber nie so sehr wie damals erschienen ihr die Männer nur als ein Vorwand, bei dem selbst man sich nicht aufhalten soll, für etwas anderes, das sich in ihnen nur ungenau verkörpern konnte. Und sie sank plötzlich wieder in sich zurück und kauerte in ihrer Finsternis und starrte ihn an und erstaunt empfand sie dieses sich in sich verschließen zum ersten Mal wie eine sinnliche Berührung, der sie sich lüstern vor Bewusstsein hingab, es ganz nahe seinen Augen und doch ihm unerreichbar zu tun. Es sträubte sich etwas in ihr, wie ein weiches knisterndes Katzenfell gegen ihn und als sähe sie einer kleinen glitzernden Kugel nach, ließ sie ihr Nein aus ihrem Versteck heraus und vor seine Füße rollen und dann schrie sie als er es zertreten wollte. Und da nun jetzt als der Abschied schon unwiderruflich zwischen ihnen aufgerichtet stand und mit zwischen ihnen den letzten Weg ging, war es geschehen, dass plötzlich mit voller Bestimmtheit in Veronika auch diese verlorenste Erinnerung emporsprang. Sie fühlte nur, dass sie es sei und wusste nicht woran und war ein wenig enttäuscht, weil sie nichts ihres Inhalts erkannte, warum sie es sei und fand sich nur wie in einer erlösenden Kühle. Sie fühlte, dass sie schon einmal in ihrem Leben so wie jetzt vor Johannes erschrocken war und verstand nicht, wie es zusammenhängt, dass ihr das so viel bedeuten haben konnte und was es in Zukunft nun sollte. Aber es war ihr mit einem Mal, als stünde sie wieder auf ihrem Wege, dort, auf dem gleichen Punkt, wo sie ihn einst verlor und sie empfand, dass in diesem Augenblicke das wirkliche Erlebnis das Erlebnis an dem wirklichen Johannes seinen Scheitelpunkt überschritten hatte und beendigt war. Sie hatte in diesem Augenblick ein Gefühl wie ein Auseinanderfallen. Obwohl sie ganz nah beieinander standen, war ihr so schräg als senkend und senken sie voneinander weg. Veronika sah nach den Bäumen seitlich ihres Weges, sie standen gerader und aufrechter als ihr natürlich geschienen hätte. Und da glaubte sie ihr Nein, dass sie vor dem nur verwirrt und aus Ahnung gesprochen hatte, erst voll entz zu fühlen und begriff, dass er seinet halben jetzt fortfuhr und es doch nicht wollte. Und es wurde ihr eine Weile lang dabei so tief und schwer wie zwei Körper nebeneinander liegen, nur mehr so eins und das andere getrennt und traurig und jedes nur das, was ihr für sich ist, weil es ja doch beinahe Hingabe geworden wäre, was sie fühlte. Und es kam irgendetwas über sie, das sie klein und schwach und zu nichts machte machte wie ein Hündchen, das klagend auf drei Beinen hinkt und wie ein zerschlissenes Fähnchen, das hinter einem Lufthauch daherbettelt, so ganz löste es sie auf und es war eine Sehnsucht in ihr, ihn zu halten, wie eine weiche, wunde Schnecke, die mit leisem Zucken nach einer zweiten sucht, an deren Leib es sie verlangt, aufgebrochen und sterbend zu kleben. Und da sah sie ihn an und wußte kaum, was sie dachte und ahnte, dass das, was sie einzig davon wußte, vielleicht diese plötzliche Erinnerung, die blank und allein in ihr lag, überhaupt nichts war, das man aus sich selbst begreifen konnte, sondern nur dadurch etwas, dass es irgendeinmal durch eine große Angst an einer Vollendung gehindert, seither verhärtet und verschlossen sich in ihr verbarg und einem anderen, dass es hätte werden können, den Weg versperrte und aus ihr herausfallen musste, wie ein fremder Körper. Denn schon begann ihr Gefühl für Johannes zu sinken und abzuströmen. In breiter, befreiter Flucht brach etwas lange wie Tod und machtlos darunter Gefangenes aus ihr heraus und riss es mit sich. Und an seiner Stelle wölbte sich weit aus der in ihr bloßgelegten Ferne ein Leuchten, etwas Pfeilerlos Steigendes, etwas Endlos Gehobenes und wie durch Traumnetze Zusammenhang verloren glitzerndes empor. Und das Gespräch, das sie außen noch führten, wurde kurz und zickernd und während sie sich noch damit abmühten, fühlte Veronika, wie es schon zwischen den Worten zu etwas anderem wurde und wusste endgültig, dass er fortreißen musste und brach es ab. Es erschien ihr alles, was sie noch sagten und versuchten umsonst getan, da es entschieden war, dass er weggehen und nicht mehr wiederkehren sollte. Und weil sie empfand, dass sie gar nicht mehr wollte, was sie sonst vielleicht doch noch getan hätte, gewann das davon übrig gebliebene mit einer jähen Wendung einen starren unverständlichen Ausdruck. Sie wußte kaum einen Sinn und eine Begründung dafür, es war schnell und hart eine Tatsache, ein gefasst und geworfen werden. Und wie er da in dem Gewirr seiner Wort noch immer vor ihr stand, begann sie das unzureichende seiner Gegenwart, seines wirklichen bei ihr Seins zu fühlen. Es drückte schwer auf etwas in ihr, das sich mit der Erinnerung an ihn schon irgendwohin erheben wollte. Und sie stieß überall an seine Lebendigkeit, wie man an einen toten Körper stößt, der starr und feindselig und allen Bemühungen widerstehend ist, ihn zur Seite zu schieben. Und wie sie merkte, dass er sie noch immer so dringend ansah, erschien ihr Johannes wie ein großes, erschöpftes Tier, das sie nicht von sich abwälzen konnte. Und sie fühlte ihre Erinnerung in sich wie einen kleinen, heißen, umklammerten Gegenstand in Händen und mit einem Mal hätte es ihr beinahe die Zunge gegen ihn herausgestreckt und war insonderbar zwischen Flucht und Lockung geteiltes Empfinden, fast wie die Bedrängnis eines Weibchens, das nach seinem Verfolger beißt. In diesem Augenblick aber hub wieder der Wind an und ihr Gefühl weitete sich in ihm und löste sich von allem harten Widerstand und Hass, den es ohne ihn aufzugeben wie etwas sehr Weiches in sich einsog, bis von ihm nur ein ganz verlassenes Entsetzen zurückblieb, in dem sich Veronika, während sie es empfand, gleichsam selbst zurückließ. Und alles andere ringsumher ward zitternder vor Ahnung. Das Undurchsichtige, das bisher wie ein dunkler Nebel auf ihrem Leben gelastet hatte, war plötzlich in Bewegung geraten und es schien ihr, als ob Formen lang gesuchter Gegenstände sich wie in einem Schleier abdrückten und wieder verschwenden. Und nichts noch zwar hob so sein Gesicht hervor, dass die Finger es halten konnten. Alles wich noch zwischen den leise tastenden Worten aus und von nichts konnte man sprechen. Aber es war jedes Wort, das nun nicht mehr gesagt wurde, schon von Ferne wie durch einen weiten Ausblick gesehen und von jenem merkwürdig mitschwingenden Verstehen begleitet, das alltägliche Handlungen auf einer Bühne zusammendrängt und zu Zeichen eines im flachen Kieselgeflecht des Bodens sonst nicht sichtbaren Weges auftürmt. Wie eine ganz dünne seidene Maske lag es über der Welt, hell und silbergrau und bewegt wie vor dem Zerreißen und sie spannte ihre Augen und es flimmerte ihr davor wie wenn sie von unsichtbaren Stößen gerüttelt würde. So standen sie nebeneinander und als der Wind immer voller über den Weg kam und wie ein wunderbares weiches duftiges Tier sich überall hin liegte über das Gesicht in den Nacken in die Achselhöhlen und überall atmete und überall weiche samtene Haare ausstreckte und sich bei jedem erhebender Brust eng an die Haut drückte löste sich beides ihr Entsetzen und ihre Erwartung in einer müden schweren Wärme die stumm und blind und langsam wie wehendes Blut um sie zu kreisen begann und sie musste plötzlich an etwas denken was sie einmal gehört hatte das auf den Menschen Millionen kleiner Wesen siedeln und mit jedem Atem ungezählte Ströme von Leben kommen und gehen und sie zauderte eine Weile erstaunt vor diesem Gedanken und es war dir so warm und dunkel wie in einer großen purpuren Woge aber dann fühlte sie nahe in diesem heißen Blutstrom ein zweites und wie sie aufsah stand er vor ihr und seine Haare wehten im Wind zu ihren zitternden Haaren herüber und sie berührten einander schon ganz leise mit ihren bebenden Spitzen da packte sie eine knirschende Lust wie wenn sich taumelnd zwei Schwärme vermengen und sie hätte ihr Leben aus sich heraus reißen mögen um in heißer schützender Finsternis in rasend Vertrunkenheit ganz damit zu überstäuben aber ihre körper standen steif und starr und ließen bloß mit geschlossenen Augen geschehen was da heimlich vor sich ging als als dürften sie es nicht wissen und nur immer leerer und müder wurde sie und dann sanken sie ein wenig zusammen ganz sanft und ruhig und so sterbensstill zärtlich wie wenn sie ineinander verbluten würden und wie der Wind sich hob war ihr als stiege sein Blut an ihr unter den Röcken hinauf und es füllte sie bis zum Leibe mit Sternen und Kelchen und Blauem und Gelbem und mit feinen Fäden und tastendem Berühren und mit einer reglosen Wolllust wie wenn Blumen im Winde stehen und empfangen und noch als die untergehende Sonne durch den Rand ihrer Röcke schien stand sie ganz träg und still und schamlos ergeben als ob man es sehen könnte und nur ganz ganz vergessen dachte sie schon an jene größere Sehnsucht die sie noch erfüllen sollte aber das war in diesem Augenblick bloß so leise traurig wie wenn weit weg die Glocken läuten und sie standen nebeneinander und hoben sich groß und ernst wie zwar riesige Tiere mit gebogenen Rücken in den Abendhimmel Die Sonne war unter gegangen Veronika ging nachdenklich und allein den Weg zurück zwischen Wiesen und Feldern Eine in die Einsamkeit drängende Bestimmtheit ohne anderes Ziel trieb sie zwischen Wiesen und Feldern Die Welt wurde abendlich klein und allmählich begann eine seltsame Lust Veronika zu tragen wie eine leichte grausame Luft die sie mit bebendem Wittern einatmete die sie erfüllte und hob und in der ihren Gebärde ausfuhren in die Ferne griffen in der sich ihre Schritte mit einem leisen Druck vom Boden lösten und über Wälder hoben Es war ja fast übel vor Leichtigkeit und Glück Diese Spannung wich erst von ihr als sie die Hand auf das Tor ihres Hauses legte Es war ein kleines rundes fest gefügtes Tor als ihr schloss legte es sich undurchdringlich vor und sie stand im Dunkel wie in einem stillen unterirdischen Wasser Sie schritt Zeit zu Zeit zu Zeit tauchte Johannes zwischen ihren Vorstellungen auf Dann sah sie nach der Uhr und wusste wo er sein musste Einmal aber strengte sie sich an lange nicht an ihn zu denken und als sie es das nächste Mal tat musste der Zug schon durch die Nacht der Bergtele nach Süden rollen und unbekannte Gegenden schlossen schwarz ihr Bewusstsein Sie legte sich ins Bett und schlief rasch ein Aber sie schlief leicht und ungeduldig wie jemand dem am nächsten Tag etwas Ungewöhnliches bevorsteht Es war unter ihren Augenlidern eine beständige Helligkeit Gegen den Morgen zu wurde sie noch lichter und schien sich zu dehnen Sie wurde unsagbar weit Als Veronika aufwachte wusste sie das Meer Jetzt musste er es schon vor sich sehen und hatte nichts Notwendiges mehr zu tun als seinen Entschluss auszuführen Er würde wohl hinausrudern und schießen Aber Veronika wusste nicht wann Sie begann zu mutmaßen und Gründe gegeneinander zu stellen Wird er gleich von der Bahn ins Boot? Wird er auf den Abend warten? Wenn das Meer ganz ruhig da liegt und wie mit großen Augen einen ansieht Sie ging den ganzen Tag in eine Unruhe dahin Wie wenn beständig feine Nadeln gegen ihre Haut schlügen Zuweilen tauchte wieder irgendwo Aus seinem goldenen Rahmen, der an der Wand aufleuchtete Aus dem Dunkel des Treppenhauses oder aus dem weißen Leinen, an dem sie stickte Johannes Gesicht auf Bleich und mit Kamoisineroten Lippen Verzerrt und aufgedunsen vom Wasser Oder bloß wie eine schwarze Locke über einer eingefallenen Stirn Hier und da war sie dann wie von treibenden Bruchstücken Einer plötzlich zurückflutenden Zärtlichkeit erfüllt Und als es Abend wurde, wusste sie, dass es geschehen sein müsse Fern war eine Ahnung in ihr, dass alles sinnlos sei Diese Erwartung und dieses Gebaren Etwas ganz Ungewisses wie wirklich zu behandeln Zuweilen sprang hastig ein Gedanke durch sie Johannes wäre nicht tot Und riss wie an einer weichen Decke Und ein solches Stück Wirklichkeit Sprang auf und sank wieder zusammen Sie fühlte dann lautlos und unscheinbar glitt draußen der Abend um das Haus Bloß wie Irgendeinmal kam eine Nacht Kam Und ging Sie wusste es Aber plötzlich erstarb dies Eine tiefe Ruhe und ein Gefühl des Geheimnisses Legte sich langsam in vielen Falten über Veronika Und es kam die Nacht Diese eine Nacht ihres Lebens Wo das, was sich unter der Dämmerdecke ihres langen, kranken Daseins gebildet hatte Und durch eine Hemmung von der Wirklichkeit abgehalten Wie ein fressender Fleck zu seltsamen Figuren unvorstellbarer Erlebnisse auswuchs Die Kraft hatte, sich endlich bewusst in ihr emporzuheben Sie zündete Von etwas Unbestimmtem getrieben In ihrem Zimmer alle Lichter an und saß zwischen ihnen Reglos in der Mitte des Raumes Sie holte Johannes Bild und stellte es vor sich hin Aber es schien ihr nicht mehr Dass das, worauf sie gewartet hatte Das Geschehen mit Johannes sei Auch nichts in ihr, keine Einbildung Sondern sie empfand mit einem Mal Dass ihr Gefühl von ihrer Umgebung sich verändert hatte Und hinausgedehnt in ein unbekanntes Gebiet Zwischen Träumen und Wachen Der leere Raum zwischen ihr und den Dingen Verlor sich und war seltsam Beziehungsgespannt Die Geräte wuchteten wie unverrückbar auf ihren Plätzen Der Tisch und der Schrank Die Uhr an der Wand Ganz erfüllt von sich selbst Von ihr getrennt und so fest in sich geschlossen Wie eine geballte Faust Und doch waren sie manchmal wieder wie in Veronika Oder sie sahen wie mit Augen auf sie Aus einem Raum, der wie eine Glasscheibe Zwischen Veronika und dem Raum lag Und sie standen da Als ob sie viele Jahre nur auf diesen Abend gewartet hätten Um zu sich zu finden So wölbten und bogen sie sich in die Höhe Und unaufhörlich strömte dieses Übermäßige von ihnen aus Und das Gefühl des Augenblicks hob und höhlte sich um Veronika Wie wenn sie selbst plötzlich ein Raum mit schweigend flackernden Kerzen Um alles stünde Und manchmal kam eine Erschöpfung über sie von dieser Spannung Dann schien sie nur zu leuchten Eine Helligkeit stieg in allen ihren Gliedern empor Und sie fühlte sie wie von außen auf sich Und wurde müde von sich wie von dem leise summenden Kreis einer Lampe Und ihre Gedanken bewegten sich hindurch und hinaus in diese helle Schläfrigkeit Mit Spitzenverästelungen, die wie feinstes Geäder sichtbar wurden Immer schweigsamer wurde es dann Schleier sanken, sanft wie Schneetreiben vor beleuchteten Fensterscheiben Um ihr Bewusstsein Hier und da knisterte groß und zackig darin ein Licht Aber nach einer Weile hob sie sich wieder bis an die Grenze Ihrer seltsam gespannten Wachheit Und hatte plötzlich wieder ganz deutlich die Empfindung So ist jetzt Johannes In dieser Art Wirklichkeit In einem veränderten Raum Kinder und Tote haben keine Seele Die Seele aber, die lebende Menschen haben, ist Was sie nicht lieben lässt, wenn sie es noch so wollen Was in aller Liebe einen Rest zurückhält Veronika fühlte, was durch alle Liebe sich nicht verschenken kann Ist das, was allen Gefühlen eine Richtung gibt Von dem weg, was ängstlich glaubend an ihnen hängt Was allen Gefühlen etwas dem Geliebtesten Unerreichbares gibt Etwas Umkehrbereites Selbst wenn sie auf ihn zukommen Etwas wie auf geheime Verabredung lächelnd zurückblickendes Aber Kinder und Tote, sie sind noch nichts Oder sie sind nichts mehr Sie lassen denken, dass sie noch alles werden können Oder alles gewesen sein Sie sind wie die gehüllte Wirklichkeit leerer Gefäße Die träumen ihre Formleid Kinder und Tote haben keine Seele Keine solche Seele Und Tiere Tiere waren schrecklich für Veronika in ihrer drohenden Hässlichkeit Aber sie hatten das punktförmig augenblicks hinabtropfende Vergessen in den Augen Irgend so etwas ist Seele für ein unbestimmtes Suchen Veronika hatte sich ihr dunkles Leben lang vor einer Liebe gefürchtet und nach einer anderen gesehnt In Träumen ist es manchmal so, wie sie es ersehnte Die Geschehnisse gehen in ihrer ganzen Stärke dahin, groß und schleppend Und doch wie etwas, das in einem ist Das weh tut, aber doch wie man sich selbst weh tut Das demütigt, aber nur Eine Demütigung fliegt wie eine ortlose Wolke dahin Und es ist niemand da, der sie sieht Eine Demütigung fliegt wie die Wonne einer dunklen Wolke dahin So schwankte sie zwischen Johannes und Demeter Und Träume sind nicht in einem Sie sind auch nicht Bruchstücke der Wirklichkeit Sondern sie wölben irgendwo in einem Gesamtgefühl ihren Ort Und dort leben sie Schwebend, schwerelos Wie eine Flüssigkeit in der anderen In Träumen gibt man sich so einem Geliebten hin Wie eine Flüssigkeit in der anderen Mit einem veränderten Gefühl von Raum Denn die wache Seele ist ein unausfüllbarer Hohlraum im Raum Hüglich wie blasiges Ei wird der Raum durch die Seele Veronika vermochte sich zu erinnern, dass sie manchmal geträumt hatte Sie hatte für heute nie etwas davon gewusst Nur zuweilen war sie, wenn sie aufwachte, wie einer anderen Bewegung gewohnt An die Enge ihres Bewusstseins gestoßen Und irgendwo hinter einer Ritze war es noch hell Nur eine Ritze Aber sie fühlte einen weiten Raum dahinter Und jetzt fiel ihr ein, sie musste oft geträumt haben Und sie sah durch ihr waches Leben Das ihrer Traumgebilde Wie unter der Erinnerung an Gespräche und Handlungen nach langer Zeit Die Erinnerung an ein Gefüge von Gefühlen und Gedanken sichtbar wird Die verdeckt blieben Wie man sich stets nur an ein Gespräch erinnert hat Und nun mit einem Mal weiß Nach Jahren unaufhörlich läuteten die Glocken währenddessen Solche Gespräche mit Johannes Solche Gespräche mit Demeter Und darunter begann sie den Hund, den Hahn Einen Schlag mit der Faust zu erkennen Und dann sprach Johannes von Gott Langsam wie mit saugenden Enden schleiften seine Worte darüber hin Auch Veronika hatte stets gewusst Irgendwo im Gleichgültigen Ein Tier Jeder kennt es mit seinen übeldunstenden und widerwärtig schleimigen Häuten Aber in ihr war es nur eine unruhige, ungenau gestaltete Dunkelheit Die manchmal unter ihrem wachen Bewusstsein hinglitt Oder ein Wald Endlos und zärtlich wie ein Mann im Schlaf Es hatte nichts in ihr von einem Tier Nur gewisse Linien seiner Wirkung auf ihre Seele Aber sich hinaus verlängert Und Demeter sagte dann Ich brauche mich bloß zu beugen Und Johannes sagte mitten am Tag Es hat sich etwas in mir gesenkt, verlängert Und es gab einen ganz weichen, blassen Wunsch in ihr Dass Johannes tot sein möge Und es gab, verworren noch im Wachen Ein wahnsinnig stilles ihn Ansehen Wo sie ihre Blicke leise wie Nadeln in ihn hineinkleiten ließ Tiefer und tiefer Ob nicht in einem Zittern seines Lächelns In einem Verzieren seiner Lippen In irgendeiner Bewegung der Qual etwas wie ein Toter Verschenkte sich ihr plötzlich mit der unberechenbaren Fülle des Lebendigen Verwirklicht entgegenhübe Seine Haare wurden dann wie ein Gestrüpp Und seine Nägel wurden wie große, glimmrige Platten Sie sah feuchtfließende Wolken im Weißen Seine Augen und kleine, spiegelnde Teiche Er lag ganz geöffnet hässlich da Mit entwaffneten Grenzen Aber seine Seele war noch in einem letzten Gefühl Nur von sich selbst verborgen Und er sprach von Gott Da dachte sie Mit Gott meint er jenes andere Gefühl Vielleicht von einem Raum, in dem er leben möchte Es war krank von ihr, was sie dachte Aber sie dachte ja auch Ein Tier müsste wie dieser Raum sein So nah vorübergleitend Wie Wasser in den Augen zu große Figuren zerrinnt Und doch klein und fern Wenn man es als draußen vor sich sieht Warum darf man im Märchen So an Tiere denken, die Prinzessinnen bewachen War es krank? Sie fühlte in dieser einen Nacht sich Und diese gebildete Licht Auf einer ahnungsvollen Angst des Wiederversinkens Ihr kriechendes, waches Leben würde wieder darüber zusammenbrechen Und sie wusste es und sie sah Dass alles dann krank und voll Unmöglichkeiten war Aber wenn man seine verlängerten Einzelheiten halten könnte Wie Stäbe in einer Hand Ohne das Widrige, das hinzukommt Wenn sie sich zu einem wirklichen Ganzen verkleben Ihr Denken konnte in dieser Nacht Die Vorstellung einer Gebirgsluft ungeheuren Gesundheit erreichen Voll einer Leichtigkeit des Verfügens über ihre Gefühle Wie in manchmal vor Spannung zerrissenen Ringen Wirbelte dieses Glück durch ihre Gedanken Du bist tot Träumte ihre Liebe Und sie meinte nichts als dieses seltsame Gefühl Mitten zwischen ihr und außen In dem Johannes Vorstellung für sie lebte Aber die Lichter spiegelten sich heiß auf ihren Lippen Und alles, was in dieser Nacht geschah War nichts als ein solcher Schein der Wirklichkeit Der, irgendwo in ihrem Körper flackernd Zwischen Stücken ihres Gefühls verinnernd Deren undeutliche Schatten nach außen warf Ihr war dann Als fühlte sie Johannes ganz nahe bei sich So nahe wie sich selbst Er gehörte ihren Wünschen Und ihre Zärtlichkeit ging ungehindert durch ihn Wie die Wellen durch jene weichen Purpurnen Glockentiere Die Meere schweben Zuweilen aber lag ihre Liebe nur weit Und sinnlos über ihm wie das Meer Müht schon Manchmal wie das Meer Vielleicht über seine Leiche lag Groß und sanft wie eine Katze Die in zärtlichen Träumen schnurrt Wie ein murmelndes Wasser rannen dann die Stunden Und schon als sie aufschrak Empfand sie zum ersten Mal Kummer Es war kühl um sie Die Kerzen waren herabgebrannt Und nur eine letzte leuchtete noch Auf dem Platz, wo sonst Johannes gesessen hatte War jetzt ein Loch im Raum Das alle ihre Gedanken nicht füllen konnten Und plötzlich verlosch lautlos Auch dieses eine Licht Wie ein letzter Weg gehender Leise die Tür schließt Veronika blieb im Dunkel Demütig wandernde Geräusche gingen durch das Haus Die Stiegen schüttelten mit einem Scheu Dehnen den Druck des Schreitenden wieder von sich ab Irgendwo nackt eine Maus Und dann bohrte ein Käfer im Holz Als eine Uhr schlug Begann sie sich zu fürchten Vor dem unaufhörlichen Leben Dieses Dings, das Während sie übernächtig wachte Ruhlos, beschäftigt Durch alle Zimmerschritt Bald an der Decke Bald tiefen unten am Boden Wie ein Totenschläger Ohne zu wissen zurückschlägt Und zerstückelt Bloß weil Zuckungen nicht aufhören wollen Hätte sie den leisen Klang Den sie jetzt ohne Ende hörte Packen mögen und würgen Und mit einem Mal fühlte sie ihre Tante schlafen Ganz rückwärts im hintersten Zimmer Mit vielen Runzeln in ihrem strengen Lederantlitz Und die Dinge standen dunkel und schwer Und ohne Spannung Und sie ängstigte sich bereits wieder In diesem fremden, sie umschließenden Dasein Und nur etwas Aber es war kaum eine Stütze mehr Bloß ein langsam mit ihr sinkendes Hielt sie Es war schon eine Ahnung In ihr Dass sie es nur selbst sei Die sie sich so fühlbar sinnlich empfand Statt Johannes Es lag schon über ihrer Einbildung Ein Widerstand von der Wirklichkeit des Tages Von Scham Von den festen Dingen Geltenden Worten der Tante Von Demeters Hohn Ein Schließen der Enge Schon ein Abscheu vor Johannes Ein heraufdämmender Zwang Dies alles so zu empfinden Wie eine schlaflose Nacht Und selbst jede lang gesuchte Erinnerung Als wäre sie in diesen Stunden heimlich gewandert Lag längst wieder klein und fern Und hatte an ihrem Leben Nie etwas zu ändern vermocht Aber wie ein Mensch geht Mit blassen Ringen Unter den Augen Nach Ereignissen Die er niemandem verraten würde Und seine Absonderlichkeit Und Schwäche Zwischen allem Starken Und vernünftig Lebendigen Wie eine fadendünn Und leise dahinwandernde Melodie Empfindet War eine feine, nagernde Seligkeit darüber Trotz ihres Kummers in ihr Die ihren Körper hüllte Bis er sich weich und zärtlich Wie eine dünne Kapsel trug Es lockte sie plötzlich Sich zu entkleiden Bloß für sich selbst Bloß für das Gefühl Sich nahe zu sein Mit sich selbst In einem dunklen Raum Allein zu sein Es erregte sie Wie die Kleider Leise knisternd Zu Boden sanken Es war eine Zärtlichkeit Die ein paar Schritte In der Dunkelheit hinaus tat Als ob sie jemand suchte Sich besann Und zurückeilte Um sich an den eigenen Körper Zu schmiegen Und als Veronika langsam Mit zögendem Genießen Ihre Kleider wieder aufnahm Waren diese Röcke Die in der Finsternis Mit falten In denen wie Teiche In dunklen Höhlen träg Noch ihre eigene Wärme säumte Und bauschigen Räumen Veronikas Blick Suchte unwillkürlich Den Platz Wo an der Wand Die Dunkelheit Die Dunkelheit Nur die Dunkelheit Nirgends sie Die Dunkelheit Die Dunkelheit War sie durchsichtig Die Dunkelheit Und 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 die Dunkelheit Männer mit wunderbar War von diesem Kranksein Und die Dunkelheit Die Dunkelheit Mit der sie sich selbst empfand Und die Dunkelheit Von der sie sich selbst empfand Und die Dunkelheit Und die Dunkelheit Und die Dunkelheit Sie standen oben am Fenster Doch so ziel- und wunschlos In ihr wie das wehe Unbestimmte Ziehen Im Schoß Vor den wiederkehrenden Tagen Sonderbare Gedankenstrichen Durch sie Nur sich so zu lieben Das ist Wie wenn man vor einem Alles tun könnte Und als ich dazwischen Jetzt wie ein hartes Häßliches Gesicht Noch einmal die Erinnerung Aufschob Dass sie Johannes getötet habe Erschrak sie nicht Sie tat sich nur selbst weh Als sie ihn sah Das war wie wenn sie sich Von innen gesehen hätte Voll Abscheulichem Und Gedärmen Die wie große Würmer Verschlungen waren Aber zugleich sah sie ihr Sich-Ansehen mit Und empfand Grauen Doch es war nicht In diesem Grauen Vor sich etwas Unentreißbares von Liebe Eine erlösende Müdigkeit Breitete sich über sie Sie sank zusammen Und war in das Was sie getan hatte Wie in einen kühlen Pelz Gehüllt Ganz traurig Und zärtlich Ein stilles Bei sich sein Ein sanftes Leuchten Wie man noch An seinem Schmerz Etwas liebt Und im Kummer lächelt Und je heller es wurde Desto unwahrscheinlicher Erschien ihr Dass Johannes Tod sei Es war nur noch Eine leise Begleitung Aus der sie sich Selbst herauslöste Es war Mit einer wieder Nur mehr wieder Ganz fernen Ungeglaubten Beziehung zu ihm Als ob sich auch Eine letzte Grenze Zwischen ihnen Beiden öffnete Sie empfand Eine wollüstige Weichheit Und ein ungeheures Nahe sein Mehr noch Als eines des Körpers Eines der Seele Es war wie Wenn sie aus seinen Augen Heraus Auf sich selbst Schaute Und bei jeder Berührung Nicht nur ihn Empfände Sondern auf eine Unbeschreibliche Weise Auch sein Gefühl Von ihr Es erschien ihr Wie eine geheimnisvolle Geistige Vereinigung Sie dachte manchmal Er war ihr Schutzengel Er war gekommen Und ging Nachdem sie ihn Wahrgenommen hatte Und wird doch Von nun an Immer bei ihr sein Er wird ihr zusehen Wenn sie sich auskleidet Und wenn sie geht Wird sie ihn Unter den Röcken tragen Seine Blicke Werden so zart sein Wie eine beständige Leise Müdigkeit Sie dachte es nicht Von ihm Sie fühlte es nicht Nicht Von diesem Gleichgültigen Johannes Es war etwas Bleichgrau Gespanntes In ihr Und wenn die Gedanken Gingen Säumten sie sich Hell Wie dunkle Gestalten Vor einem Winterhimmel Bloß so ein Saum war es Von tastender Zärtlichkeit Es war ein leises Herausheben Ein stärker werden Und doch nicht Da sein Ein nichts Und doch Alles Sie saß ganz still Und spielte mit Ihren Gedanken Es gibt eine Welt Etwas Abseitiges Eine andere Welt Oder nur eine Traurigkeit Wie von Fieber Und Einbildungen Bemalte Wände Zwischen denen Die Worte der Gesunden Nicht tönen Und sinnlos Zu Boden fallen Wie Teppich Auf denen zu schreiten Ihre Gebirden Zu schwer sind Eine ganz dünne Hallende Welt Durch die sie Mit ihm Schritt Und allem Was sie tat Folgte darin Eine Stille Und alles Was sie dachte Glitt ohne Ende Wie Flüstern In verschlungenen Gängen Und als es ganz klar Und bleich Und Tag geworden war Kam der Brief Ein Brief Wir kommen mußte Veronika Begriff sofort Wir kommen mußte Es pochte am Haus Und riß durch die Stille Wie ein Felsblock Eine dünne Schneedecke Zerschlägt Durch das geöffnete Tor Bliesen Wind Und Helligkeit herein In dem Brief stand Was bist du Ich habe mich nicht getötet Ich bin wie einer Der auf die Straße hinausfand Ich bin heraußen Und kann nicht zurück Das Brot Das ich esse Das schwarzbraune Boot Das am Strande liegt Und mich hinaustragen sollte Das leisere Undeutlichere Füllwarme Nicht vorschnell Verfestigte Alles Lärmende Lebendige Ringsum Hält mich fest Wir werden darüber sprechen Es ist alles heraußen Bloß einfach Und ohne Zusammenhang Und übereinander gestreut Wie ein Haufen Schutt Aber ich bin davon Wie ein Pfahl gefasst Und verrammt Und wieder verwurzelt worden Es stand noch anderes In dem Brief Aber sie sah nur Dieses eine Ich fand Vernüchtert zusah Von diesem Augenblick an Durch lange Zeit Dachte Veronika Nichts Noch empfand sie etwas Nur eine ungeheure Von keiner Welle Durchbrochene Stille Glänzte um sie Die bleich Und leblos Wie Teiche Die stumm Im Frühlicht liegen Als sie dann aufwachte Und von Neuem Nachzudenken begann Geschah es wieder Wie unter einem Schweren Mantel Der sie hinderte Sich zu bewegen Und wie Hände Unter einer Hülle Die sie nicht Abwerfen können Sinnlos werden Verwirrten sich Ihre Gedanken Sie fand nicht In die einfache Wirklichkeit Dass er sich Nicht erschossen hatte War nicht die Tatsache Dass er lebte Sondern es war etwas In ihrem Dasein Ein Verstummen Ein Wiedersinken Es verstummte etwas In ihr Und sank wieder In jene Murmelnde Vielstimmigkeit zurück Aus der es sich Kaum herausgehoben hatte Sie hörte Sie mit einem Mal Wieder von allen Seiten Es war jener Enge Gang In dem sie einst lief Und dann kroch Und dann kam Jenes Weiterwerden Jenes Leise Heben Und hier sich hinaufrichten Und nun Schloss er sich wieder Ihr war trotz der Stille Als ob Menschen Um sie stünden Und beständig Leise sprechen Sie verstand nicht Was sie sich sagten Es war wunderlich Heimlich Nicht zu verstehen Was sie sich sagten Ihre Sinne Waren in ganz dünne Flächen Gespannt Und diese Stimmen Schlugen raschelnd Daran wie die Zweige Eines wirren Gestrüpps Fremde Gesichter tauchten auf Es waren lauter fremde Gesichter Die Tante Freundinnen Bekannte Demeter Johannes Sie wußte es wohl Aber doch blieben es Fremde Gesichter Sie bekam plötzlich Angst vor ihnen Wie jemand Der fürchtet Streng behandelt zu werden Sie mühte sich An Johannes zu denken Aber sie konnte sich Nicht mehr vorstellen Wie er vor wenigen Stunden Aussah Er verfloss Ihr mit den anderen Es fiel ihr ein Daß er von ihr Weggegangen war Ganz fern Wie unter einer Menge Es war ihr Als ob irgendwo Daraus Seine Augen Listig Und versteckt Auf sie schauen Müssten Sie spannte sich Ganz klein Davor zusammen Und wollte sich Schließen Aber sie empfand Sich nur mehr Mit einer leisen Zerfließenden Deutlichkeit Und allmählich Und allmählich verlor sie Überhaupt das Gefühl Etwas anderes Gewesen zu sein Sie konnte sich kaum mehr Von den anderen Unterscheiden Und alle diese Gesichter Waren kaum mehr Voneinander zu unterscheiden Sie tauchten auf Und verschwanden Ineinander Sie waren ihr eklig Wie ungekämmtes Haar Und doch verstrickte sie sich In ihnen Sie antwortete ihnen Die sie nicht verstand Sie hatte nur das eine Bedürfnis Etwas zu tun Es war eine Unruhe in ihr Die unter ihrer Haut Wie tausende kleine Tiere Heraus wollte Und immer neu tauchten Die alten Gesichter auf Das ganze Haus War voll dieser Unruhe Sie sprang auf Und tat ein paar Schritte Und plötzlich Schwieg alles Sie rief Und nichts antwortete Sie rief noch einmal Und hörte sich kaum Sie sah suchend umher Reglos stand alles Auf seinem Platz Und doch Fühlte sie sich Was dann kam War zunächst Ein kurzes Taumeln Durch wenige Tage Eine verzweifelte Anstrengung Manchmal sich zu erinnern Was es gewesen sei Dass sie jenes eine Mal Wie wirklich fühlte Und was sie getan haben mochte Dass es so kam Veronika ging in dieser Zeit Unruhig durch das Haus Es kam vor Dass sie in der Nacht Aufstand Und durch das Haus ging Aber sie spürte Dabei zuweilen Nur das kahle Weiß getünchte Der im Kerzenschein Um sie aufragende Stuben An dem die Finsternis Noch wie in Fetzen hing Sie spürte es Wie etwas schreiend Wollüstiges Das hoch und reglos An den Wänden Aufgerichtet stand Wenn sie sich vorstellte Wie der Fußboden Unter ihren nackten Füßen Dahin lief Konnte sie minutenlang Bewegungslos dastehen Und nachdenken Wie wenn sie In einem fließenden Wasser Unter sich Eine bestimmte Stelle Mit den Blicken Festhalten wollte Es packte sie dann Ein Schwindel Der von jenen Gedanken ausging Die sie nicht mehr Wahrnehmen konnte Und erst wenn sich Ihre Zehen In die Fugen Der Diele Verkrampften Und dort von dem Feinen Weichen Staub Berührt wurden Oder ihre Sohlen Die kleinen Unreinen Rauheiten Des Bodens Empfanden Wurde ihr leichter Wie wenn sie Einen Schlag Auf den entblößten Körper Empfangen hätte Aber allmählich Fühlte sie nur Dieses Gegenwärtige Und die Erinnerung An jene Nacht War nichts Das sie wieder erwartete Sondern nur Jener Schatten Von verborgener Freude An sich Den sie gewonnen hatte Auf der Wirklichkeit In der sie lebte Sie schlich Manchmal bis An die Verschlossene Haustür Und lauschte Bis sie Einen Mann Vorübergehen hörte Die Vorstellung Dass sie dort stand In bloßem Hemd Fast nackt Und unten offen Während draußen Einer vorbeiging So nah Und nur durch Ein Brett getrennt Bog sie fast zusammen Am geheimnisvollsten Schien ihr aber Dass auch draußen Noch etwas von ihr war Denn ein Strahl Ihres Lichts Fiel durch den Dünnen Schlüsselspalt Und das Zittern Ihrer Hand Musste in ihm Tastend Über die Kleider Des Wanderers Huschen Und einmal dabei Dachte sie Plötzlich daran Dass sie jetzt Mit Demeter Allein in dem Haus war Mit diesem Lasterwirren Sie zuckte Zusammen Und seither Kam es Dass sie öfter Auf den Treppen Aneinander Vorbeigingen Sie begrüßten Einander auch Aber nur mit Ganz belanglosen Worten Bloß einmal Blieb er nah Bei ihr stehen Und sie suchten Beide nach Etwas anderem Zum Sagen Veronika Bemerkte Seine Knie In den Engen Reithosen Und seine Lippen Die wie Ein kurzer Breiter Blutiger Schnitt Waren Und sie Dachte Wie Johannes Wohl Sein Werde Da Er doch Wiederkommen Wird Wie Etwas Riesengroßes Sah sie In diesem Augenblick Die Spitze Von Demeters Bart Vor der Fallen Fläche Eines Fensters Und Nach Einer Weile Gingen sie Weiter Ohne noch Gesprochen Zu Haben